Yo, 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 was geht ab meine Freunde der Volksmusik, heute willkommen hier zu einem neuen Livestream auf dem Kanal, eigentlich ihr wisst, ich wollte ja nicht streamen, aber hab mich jetzt doch dazu entschlossen zu streamen, warum auch immer. Ich hab aber Bock drauf, Leute, ich hab Bock drauf, heute auf einen richtig geilen No-Build-Trio-Cup mit den Legenden, Leute, die Legenden spielen heute, Mignob spielt mit dabei, der beste Aamer in Deutschland und Leon Flares, der beste Caller in Deutschland, Leute, heute wird geil, No-Build-Cup, ich hab Bock drauf, ich hab richtig Bock drauf, Real Talk, äh, deswegen streamen wir heute, Freitag ist eigentlich so ein Tag, wo ich eigentlich echt nicht so Streamarino am Start bin, weil Freitag, da macht man einen Entspannten, wisst ihr, was ich meine, aber ich hab gedacht, okay, heute, heute muss sein, ich hab aber Bock drauf, ich hab echt Bock drauf, mir geht's super, äh, geiles Wetter heute gehabt, also geiles Wetter immer noch, heute ist einfach ein geiler Tag, ich sag euch ehrlich, heute ist wirklich ein nicer Tag, heute ist ein nicer Tag, ich hab Bock, ich hab Bock zu rasieren, Top wäre Top 10, ne, das wär Ziel, ihr wisst, Leute, beim letzten 0-Bowen-Cup, Top 8, beim Duo-Cup haben wir ein bisschen reingechockt, wir haben auch echt schlecht, also, nicht schlecht gespielt, wir haben sehr gut gespielt, aber wir haben halt einfach gespielt, als wäre es normale Lobby, so, wisst ihr, ich meine, Bro, ich hab doch hier Duo angemeldet, kommt jetzt keiner rein, oder was? Stark, kein Teammate wieder, ey, Bro, ich dreh durch, ich dreh durch. Kriegen wir noch ein Teammate? Wir kriegen keinen Teammate mehr, Bro, was ist denn das, Junge? Ey, das ist doch frech, das ist doch wirklich frech, Leute, oder? Was soll ich dazu sagen? Ich meld random Duo an, krieg nicht mal ein Teammate, ja, ist egal, komm, erste Runde, wir gehen direkt rein, wir gehen direkt rein. Heute beim Cup, lustigerweise, äh, Autos, Fortnite hat alle Autos deaktiviert, sehr interessant, das wird auch nochmal, äh, glaube ich, Cup-technisch sehr, sehr komisch werden. Ein bisschen lauter den Sound machen hier. Naja, ist egal, Leute, Solo gegen Duo jetzt hier, ein bisschen warm spielen, ihr wisst Bescheid. Ey, Kevo, dank dir für den Zweier, die hier... Mhmm, ich komm mit nem direkt hier. Oh, er wird mich auch hier... Ich hab mal Angst, dass sie mich hier mit der Rakete runter stehe. Was ist jetzt hier, ich meine? Das hier eigentlich die META. Oh, 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 oh. Bro. Was und das? Direkt Full Loots hier, guck mal... Oh, das ist einer, das ist einer, das ist einer, das ist einer, seht ihr den, seht ihr denn? Oh, das ist doch einer, da unten war noch einer. Ah, ich hab keinen Jetpack hier, oder was. das ding ist leute müssen halt auch ihr wisst bald competitive no bild modus competitive bald stanni wird ganz vorne mit dabei spielen kaffee ich hoffe wirklich mal arena modus der arena modus no bild kommt ich sage ich ehrlich wird durchdrehen ich werde durch den ganzen tag noch mehr greifen als jetzt aber besser besser man sieht auch einfach schon wieder besser kurz mal hier die fischbox nehmen ich wollte gar keinen fisch haben das geht ruka und runter hier ich muss sie einfach spielen das böse wicht wenn man das nicht immer zehn mal nachladen müsste der geiler das beckling der richtiger hat regierung 25 monate rentner skills schade lmg und muss nur einer ich liebe diese schrotflinte hä diese schrotflinte ist auch anders krank sag mal ehrlich jetzt die ist schon wild bro man muss halt einmal reich das ist krank ich weiß ja nicht weil ich zocken soll nachher ich überleg wirklich pump und lmg zu zocken die pump hier hätte aber ich weiß nicht auch ist halt auch wichtig aber die bockt halt schon ich bin jetzt schon total rein soll ich ehrlich schwierig schwierig wo sind die gegner level aufstieg sehr gut wir haben fast 200 und damit alle skins aus der cise 191 sind ok nice nice leute das ist nice das backpink ist nice ja ist der skin nicht gerade im item shop ne ne der kommt morgen ist im item shop oder ist der heute schon drin ich weiß gar nicht ja das problem ich spiele hat immer jetpack dann sieht man den nicht ne bisschen ärgerlich ich habe einen reichen shop rein ich habe nur ich gucke immer nur shop rein ob mir was fehlt wenn mir das fehlt dann kaufe ich das nach da sonst guck ich gar nicht rein auch hier sind welche das habe ich sehr sehr krön schafft ich habe vergessen dass die lmg spiele ich habe gefällt ich dachte ich spiele ich spiele mp ich weiß auch nicht warum ja das ist das tut immer besonders weh wenn du mit der pump gerne neben schießt und wo war ich doch noch 50 oder dann kommt ein standig performance video das sehe ich habe schon standig performance video aufgenommen ich habe es nur noch nicht hochgeladen alle haben wir aber das in allen auch genau wir 1 1 1 alles jetzt gar nicht gut das war auch dumm gewesen kommt panzer fahrer was das für einer das ist die imaginärte was das sind ich bin der beste ich bin der beste und habt ihr das gesehen ich bin wirklich der beste ich treffe nichts wenigstens haben wir diese nervigen panzer nachher nicht und das ist schon mal das ist wirklich sehr sehr ja hallo ist doch gut ihr wisst dass ihr da seid das ist schön haben die den automat schick sich wer auf mich schießt ey er klappt mir die kill ihren mann ich treffe nichts beste ist doch schon wieder action action ne junge 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 alter schwede wo war nie jetzt oh mein gott ich weiß ich weiß was er muss eben der eklige er muss er weiß es ganz genau er muss kommen das macht er da du musst du wo ist der wo ist der oh wichtig stark boah zone würde ihn so nerven den holen wir uns den holen wir uns ja wenn er stand die performance video kommt weiß ich noch nicht mal gucken aber wir haben kaum ein jetpack noch das ist ein bisschen ärgerlich wir haben kaum noch jetpack das ist kacke endlich wochenende ja für mich ist eh jeder tag gleich ich bin der beste bro oh mein gott ich bin real der beste nein nein zwei leute vor mir was soll ich denn machen wo kommen die alle her ich war auch green life aber ganz schnell Leute ja super jetzt jetzt das ich brauche koko ja doch koko sonst macht der green life lol geil okay nice irgendwie wie man hier match ist oder so match ist der nice das sind einfach zu viele hier okay ich glaube das war EU West der beste Spieler gewesen ich glaube er spielt ganz ganz hohe Wertung ne bloß hab ich nicht so lange ne bro ich brauch kein blue life Junge hey gib mir noch mehr Schild danke danke für was brauche ich jetzt das Schild bro für was sagst du bitte gib mir Morim oder sonst was alter aber ich muss sagen Leute der Mais der schmeckt ja wir können es eigentlich schaffen wir schaffen es ja doch wir schaffen es wir schaffen es oha Mais Game Changer gewesen danke SU irgendeine SU ist hier komm mal her SU komm mal her SU danke oha Zone geht schon wieder weiter was ist das denn oh mach doch mal ein bisschen kürzer hier es geht mir alles viel zu fix so schnell bin ich doch gar nicht alter ich bin ja nur am rudern hier ich will mal ein bisschen Pause machen ein bisschen Mittagspause ist mir alles ein bisschen gerade zu schnell nimm mal die scheiß Karte hier noch mit ja jetzt kriege ich ein medkit danke danke bro gut wir haben es geschafft das freut mich äh äh gucken wasser dass du meine standi performance videos feierst das freut mich ich geh erstmal zu ich hab hier absolut gar kein placement ey wir haben es geschafft also man hat es nicht beliebt aber wir haben es geschafft ich will die da oben aber auch nicht so doll ärgern ah siehste weil dann bist du nämlich der Nächste der der Fokus ist wir haben halt Big Baba Boo Pose da rum ne Big Big Baba Boo Pose aber wir haben ja auch ist okay ist okay ey weil das hier gewinnen Leute oh mein Gott oh mein Gott der heult Bro der Kollege heult schon also lass es lieber lass es lieber Bro Jeffpack wäre Big der zu mir? ne ich hab gute Pose Leute gute Pose er heult grad er heult grad und denkt sich warum drückt der Typ so holy moly ich würde gerne noch ein paar Kills machen ja ok 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 wir wissen dass ihr da seid ja es jetzt sie haben Hass auf mich halt darum ne Bro er hat doch schon Bro er hat schon wieder so kassiert was will er ich hab keine Moon mehr oh mein Gott was boah hier kommt einer ich liebe diese Schrotten oder das Ding ist einer ist hier links lang schockt schon schockt schon das Ding hier muss noch mal ein Biggie die Zone kommt gleich 15 Kills Leute Solo ich würde sagen wir sind warm nein das ist iCrymax das Backbling ne wir zocken grad kein Cup selber das grad hier er will noch mal kassieren er braucht er braucht noch mal ja ja ok ihr kriegt's oh mein Gott jetzt reicht's aber braucht er noch mehr er braucht tatsächlich noch mehr Leute vielleicht braucht sein Kollege noch ein bisschen Motivation ok wollt ihr noch mehr wollen die jetzt ernsthaft noch mehr ich glaub jetzt ist aber genug die haben oben immer noch Zeppelin ne moven die grad die moven wir jetzt oder boah ich hab hier so ne schlechte Pose das nervt mich grad ein bisschen hier noch ein bisschen Loot give me loot ok bro ja ok ihr seid übelst die Tänzer ihr seid die absoluten Dancer wo sind denn es leben noch es leben noch 6 Leute wo sind die Leute es leben noch 6 Leute ich warte hier ich mach hier hör die mal aufhören zu tanzen bitte können die mal aufhören hier Disco zu machen jetzt reicht's aber auch mal ich bin hier grad mich am konzentrieren boah der eine hat da oben grad Dude runtergeworfen die fighten oben oder die fighten oben ja ja die fighten oben ich bin da mal oder ja ja die fighten oben die sind alle oben die müssen runterkommen das ist gut das ist gut 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 Leute das Problem ist nur die werden zu zweit sein hm hm wie wollen wir 100 Euro wettentriegern oder was er muss er muss da rein Leute sind die dumm die sind dumm die bekommen so viel damage die sind dumm hä oh mein Gott er macht smart er macht smart ich bin so schlecht komm ey das war so schlecht Bro er spielt die legendäre Ranger das meine ich Bro nee ich muss die Dings spielen danach ich muss die Dings spielen ich muss Dings spielen Leute ich muss MP spielen scheiß auf dieser LMG das ist der größte Rotz Alter scheiß drauf LMG äh MP äh was mach ich hier Bro bringt nichts trinkt nix trinkt nix MP Roni wär besser Playstree oder was ja machen wir komm Roni wär besser Placed let's go let's go ja war gute Runde 15 Kills ich hab heute noch gar nicht gezockt also erste Runde zum Einspielen war okay 15er Scheiß ich sieht der trotzdem seinen Arm Ja, das ist doch kacke Jo, gute Kommunikation wieder Ey, ich check's wirklich nicht Die Leute, die random do's anmelden und kein Headset haben Warum? Warum, Bro? Warum? Oh, ich bin so schlecht Geil Komm, 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 komm Du willst doch wissen Komm, 1v1, komm Jetzt will er nicht mehr, super Ich hoffe, er geht gleich down Ich belebe ihn aus Absicht nicht wieder Stop talking, you stupid German, man Hey, Alter, beleidige man nicht, sonst knallt's gleich, Junge Oh, just shut up Shut up, don't fuck with me Hey, Bro Hey, Bro, er bleibt nicht direkt Noob Learn to play Learn to play and you are the first star Komm, Junge, er red kein Scheiß Und's recht geht durch, Junge Hey, Junge, Junge Ja, was beleidigt der? Er hat doch zuerst beleidigt Kann ich ja leiden, er kommt einfach rein und beleidigt, Bro Ja, was Ja, was, ich hatte eh keine Waffen gehabt Was labert der? Beleidigt einfach Was ist das? Was beleidigt der? Netter Kerl, ja Ja, es war ein ganz dufter Typ, muss ich sagen Also Man konnte sich echt gut mit denen unterhalten Sehr, sehr gut War echt ein korrekter Typ, Bro Ja, er war sympathisch Einfach auch offen, ne Ja, erstes sich reden und dann beleidigen Ja, das sind wir die Richtigen Junge, wo ist Miknoob? Junge, wo ist Miknoob? Gibt es Ende dieser Saison ein Live Event? Äh, ja 200% safe, Bro Es gibt ja den Kampf gegen Die Sevens gegen die IO Wachen Das wird ja das Live Event sein quasi Ich weiß sie Miknoob Junge, willst du auch beleidigen jetzt direkt, oder was? Hallo? Ja, hallo. Nein, warte mal. Starfield, bist du der Echte? Ja, ich bin der Echte. Ich hab ihn schon mal getroffen. Stimmt, Digga. Jetzt, du sagst, der Name sagt für irgendwas. Ich bin sogar ein FL. Ach du, was? Stimmt, wir sind ja schon... Stimmt, ich hab ja... Stimmt, Bro. Das ist ja krass. Das war da, wo wir am gestorbenen... Warte, was kannst du genau sagen? Da wurden wir von dem Typ geholt, der am Rebootband stand und sich mit den Metallwänden reingebaut hat. Planny Lenny, Alter. Planny Lenny, Alter. Du bist ein Paulberger. Komm, abtildet, rein da. Rein da, entildet, jetzt machen wir das Ding. Ja, Bro, die Fortnite-Welt, ich sag dir ehrlich, sie ist absolut fein, ne? Man trifft sich hier einfach mal wieder. Hier ist keine Waffe stark. Ich sag mal so, ich bin ich der Beste. Na, du bist der Beste. Wir holen auf jeden Fall einen Wind, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir ab... Also, wenn ich mir sicher bin... Dann bin ich wirklich... Guck mal, guck mal, hältst du mal die denn da? Oh, ich hab die nice. Die sind die Besten. Ah, ich hab's verplant, ist egal. Ich bin trotzdem mit. Ich hab' mir noch einer. War die Schule hinten, die 50er? Die rote Puppe selbst. Was sagst du, Lenny? Ich hab' einen Minus, Chef, kurz. Okay, sehr gut. Kommst du hier? Ich hab' Ambos, Werfe. Ah, okay, lass' hochgehen, lass' du holen. Jetzt da oben sind noch welche. Oh, hier ist einer. Stark, Lenny, du bist der Beste. Ne, ich sag's doch. Wenn's einer drauf hat, dann du. Die sind, glaub' ich, oben auf der Flosse, ne? Kann das sein? Ich glaub' auch. Warten wir aufhören? Nee. Geht niemand? Ich glaub' sie sind... Oh, Bro, das war der beste Jump. Komm hoch, komm hoch. Kommst du dir, oder was? War dich komm hoch. 30? Da. Ja, die sind wieder rein, ne? Ja. Ja, aber blind reinrennen ist wahrscheinlich nicht gut. Okay, Wanne. Ja, ich seh' die aber hier auch nicht. Ich bin ohne, ich bin. Ja, komm, hier sind noch Bandagen. Bist du oben, oder was? Ja, bei mir. Warte, ich komm, easy, easy, easy. Oh. Ach, du bist unten? Ich bin runtergeflogen. Ja, easy, nice. Oh, der ist doch stiller. Den haben wir schon mal. Ich hab' einfach keinen Shotgun gefunden. Ja, ohne Shotgun kann's eh nichts machen, sag' ich ehrlich. Entschuldigung, der Karte, easy. Ach, du mal, jetzt hab' keiner. Ich hab' eigentlich alles, außer Shotgun. Oh mein Gott, es sind zwei, nein. Ach, schade, Lenny. Können wir noch eine Runde machen? Nein, wir machen doch immer nur eine. Ich friss deine Augen, schade, Marmelade. Sorry. Komm rein, Lenny. Komm rein, Lenny. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, Leute. Es hat nicht gereicht für den Sieg. Ey, super, 21 Uhr, wo ist Leon Flair, wo ist Mignouf? 21 Uhr geht Turnier los. Wir haben nicht mal Rotation. Wir haben nicht mal eine Rotation, Leute. Okay, Guckenwasser. Dann würde ich vielleicht den Arzt rufen. Das wäre... Ey, wie hat gestern Frankfurt noch gespielt? Hallo? Ja. What do you want? Because I... Hallo? What do you want? I've got a lot of terrible things to you. Wer redet da? Wer is talking? In the background. In the background, bro. Yeah, where is talking in the background? Don't talk, man. Talk English or don't talk. Hey, bist du dumm? Ich red doch Englisch, Junge. Fuck off with your fucking Nazi language, you stupid faggot. Ey, bro, digga. Die Leute sind also... Ey, das ist wirklich zu krank, digga. Was ist aus Fortnite geworden? Shut up, you fucking Nazis. Ja, komm, halt deine Klappe, bitte. Alter, bro. Du kannst dir ja die Leute gar nicht mehr geben. Was ist denn aus Fortnite geworden? Da zocken so noch irgendwelche 40-jährige Rentner, die beleidigen oder was? Clip... Äh, geile Idee, Lufti. Das machen wir. Clipen und melden. Den... Ja, das ist eine Baba-Idee. Das müssen wir echt machen. Ey, bro. Hallo, richtig toxisch. Toll, ich hab ja Englisch geredet, bro. Er hat da irgendwie... Er hat Radiozentrale an. Er hat im Hintergrund Radiozentrale an. Und wundert sich, dass man mit ihm nicht spricht. Ja, vor allem, ich check dir nicht, warum die Random... Wenn die so unfreundlich sind, äh, warum die Random Duos suchen. Ich check's nicht. Dann sollen die doch einfach Solo zocken. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja krank. Ey. Nein. Bro, die hatten wir gestern schon drin. Enox hier. Die hatten wir gestern schon, Leute. Geil, Alter. Der beleidigt auf jeden Fall nicht. Das ist gut. Marco, danke für den Wieslapro. Ey, was geht's? Bro, das ist ja das Geld jetzt gar nicht. Ah, den hatten wir gestern schon. Safe. Da haben wir doch mit Essü gezockt. Hallo? Ja, was geht? Was geht? Das ist ja ein Zufall. Haben wir nicht... Ja, noch gestern noch gezeigt. Ja, ja. Kannst du mich bitte nicht beleidigen jetzt? Ich wurde schon zweimal beleidigt heute. Nein, nein. Ich... Ich bin so ein Toxic-Spieler. Danke. Ja. Das finde ich super. Lass zildet. Lass zildet und alle auseinandernehmen. Machen wir. Machen wir. Bist du wirklich auf Zufall gerade reingekommen oder hast du gestreamt? Äh, nein, nein. Also ich hab da ein Stream zwar geguckt. Du hast gestreamt, Snipe. Erwischt. Schade. Aber ist besser so. Das haben wir am wenigsten vernünftigen Spieler. Ja. Die anderen waren so frech heute. Boah, ich hab so'n Loot. Boah, hab ich Loot, Leute. Na, probi. Besser? Boah, diese Bots sind wirklich auf den Sacken hier. Danke. Warte, ich komme, ich komme. Boah, diese Bots nervt. Ist hier noch einer? Der ist völlig cool. Komm mal hier rein. Geh mal hier ins Links rein. Ja. Boah, ich denke. Der ist wunderschön. Sag mal, wenn einer kommt. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Er wusste direkt, wo du willst. Der Camper, der Camper Cam. Ist das ein Bot, oder was? Nein, nein, nein. Der Zwischöner. oh mein gott du meinst ernst ich brauch nur einen moon ich brauch nur einen moon oh mein gott das sind wirklich zwei die haben sich richtig auf zu missionen gemacht und es einfach zu nerven glaube ich das haben die davon diese ekeligen hier bam bam wegschmiss einfach wegschmiss einfach wegschmiss ich hab so ne nerven sägen alter ist noch einer das war ein japaner verding die dach bricht jetzt die haben die haben mich gekillt und dann dachten sie jetzt werden sie mutig ja ja oh mein gott ich bin wirklich der beste siehst du das ich kille mich wirklich der beste ah ich muss aufpassen ich hole dich nicht direkt ich hole dich nicht direkt die 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 Mit nur, was geht, Junge? Jo, was geht ab? Was geht, Junge? Bist du Hyped? Ja, ich denke mal, heute wäre gute Taktik am Start, hoffe ich. Heute haben wir eine, komm. Ja, heute mit Leon, der hat auch ein bisschen Taktik. Ja, Leon hat doch immer Taktik drauf. Leon ist der Taktiker. Der macht das. Ja, macht auch. Warum spielst du Valorant schon wieder? Geht immer Valorant. Welchen Rang bist du? Immortal 3 gewesen, jetzt wieder Immortal 1. Ist Immortal nicht das Beste? Ja, das ist das Zweitbeste. Dann kommt halt noch Top 500. Ah, danach kommt Top 500. Warum warst du noch nicht Top 500? Ja, ich spiel noch nicht so lange. Aber schaffe ich safe noch. Kann man auch mit Dings spielen, mit Controller? Boah, es geht, glaube ich, mit einer Headbauer. Das ist richtig scheiße dann. Es gibt keinen guten Spieler oder es gibt gar keinen. Geh Kanone, geh Kanone. Ist eigentlich schlecht. Es gibt gar keinen Controller-Spiel da. Ne. Ja, Leute. Da ist das. Aus dem Grund ist das schon mal ein Spiel, weil es auch nicht so zocken würde. Hol mich einfach da hinten am besten. Geh die Kanone noch mal rein. Rechts. Mir gelingt es, gelingt es, gelingt es. Dahinter die hinter dir gehen. Hinten hinten hinten. Links links. Da lang, ja. Geschmackt. Ach so, dass wir eine Karte noch gar nicht stimmt. So. Der Kämpner. Wirklich meine Karte. Das sind ja die größten Autos, die ich kenne. So, weil ich die Karte niemals holen kann. Ja, ist egal. Ich weiß noch, warte kurz. Die werden ähnlich davon. Ey, wie findest du die neue Schrotflinte? Was sagst du dazu mit Knob? Diese Ranger? Nein, klar. Diese Ranger-Schrotflinte. Boah, ich weiß nicht mal. Ich glaub, du meinst die mit einem Schutz, oder? Ja, ja, ja. Aber ich bin jetzt nur dort gespielt, wo wir gespielt haben. Die gibt es eigentlich in der Arena. Ach, die gibt es nicht in der Arena? Ne. Ah, krass. Hab die eigentlich noch nie gespielt, ja. Ey, es gibt jetzt keine Fahrzeuge mehr, ne? Ja, das ist gut für uns, glaub ich. Ja, das ist sehr gut. Ich bin dir besser, oder ne? Das ist sehr gut. Dann können wir wieder auf Zeppelin gehen oder so. Gibt es überhaupt noch? Ja, gibt es noch, gibt es noch. Ey, diese Idioten campen wirklich meine Karte ab. Das sind die... Wirklich, das sind die traurigsten Spieler, die es EU West in Fortnite, glaub ich, gibt. Guckt euch das an, Bro. Ey, bitte, bitte schenk dir nicht die Kill. Hau einfach ab. Scheiß auf meine Karte. Hau einfach ab. Wirklich. Guck mal, was wir da machen. Ey, Bro. Ich dreh durch. Die müssen dann direkt reporten, Alter, für so eine Scheiße, ohne Spaß. Hast gesehen, Kato hat in East oder so, keine Ahnung, den ersten gemacht? Krass, oder? Echt? Ja, ja, den ersten hat er gemacht. Wann? Heute? Ja, ja, doch. Ey, die haben den geholt. Die haben den geholt. Ich glaub, du kannst mich holen. Schaffe ich mit 20 Sekunden? Ne, schaffst du nicht, Bro. Scheiße. Ich versuch's. Ne, schaffst du nicht. Ne, ich schaffst du nicht. Boah, vielleicht. Ganz viel Glück. Ne, ich schaffst du nicht. Boah. Doch, du schaffst das, Bro. Nein! Ja! Oh mein Gott, Bro, du hast es geschafft. Die Rakete, die Rakete, die Rakete. Nix, 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 nix. Das Ding da, das Ding da. Schlech, 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 schlech. Oh mein Gott, Bro. Nein! Bro, bitte reportet den. Ne, das ist ein anderer, glaube ich. Aber auch dieser Typ cringe. Ey, Bro, danke für die Runde. Kuss. Ja, bitte. Ciao. Ey, Miku, komm rein, wir zocken jetzt. Ja, ok. Ohh. Bah, mein Game ist nicht mal offen, fuck. Ja. Ah, schade. So, ich guck kurz ein Spint rein, Leute. Was da noch Es gibt hier. Ich spinne, eil im Schott. Böh, böh, böh. Ach, die sind heute drinnen. Naja, ich muss sich direkt mal einen anderen Skin auswählen, ne. Ich will diesen Fettstack gekauft, Digga. Hast du den geholt? Ja. Grrrrrrrrrrrrrrrrrr. Spielst du damit heute in Kap, oder was? Vielleicht frau boxt, Digga, ja. War nicht, hhhaha! Spielst du mit denen heute in Cup? Ja, der bockt echt. Ja, der ist doch geil. Ich fahre den auch. Schade, dass man hier nicht sortieren kann, Leute, welcher Skin zuletzt in einem Shop war. Das ist ein bisschen schade. Boah, der ist auch so selten. Boah, wisst ihr welcher auch? Dieser Black Widow Skin. Der ist auch so selten. Boah, der Zyra Skins, die ich noch nie gesehen habe dort. Das sind alle, oder? Boah, ich habe alle. Ich sehe so viele, die ich noch nie gesehen habe. Boah, nee, ich weiß, was die spielen. Das ist absolut OG-Feeling. Was ist das heute? Dieser Trio-Hype-Cup? Was ist das für eine Scheiße? Das gibt es ja auch. Ehe Woche gibt es ja einen Cup. Da bekommt man halt Arena-Punkte. So ein paar. Aber wie? Wenn man ein Spiel bekommt, Arena-Punkte? Ja, wenn man so Top-1% ist, oder so. Aber mehr, wenn man so, als wenn man normal Arena spielt? Oder wie viel gibt es da? Boah, richtig wenig, glaube ich. Top-1%, irgendwie 400. In drei Stunden dann. Das ist richtig wenig. Er spielt wirklich den Skin. Ich mache ja in einer Arena-Runde schon 400 Punkte. Aber was bockt dich mehr? No-Build oder Arena-Scheiß? Kommt drauf an. Bei Cups no-Build, aber so Arena halt ist besser als Public. Ohne Bound zum Beispiel. Ja, wegen Leben-Wieder-Herstellung, ne? Naja, das. Kron-Check? Ja, habe ich immer noch gleich. Oh, schade. Immer noch so 15 los. Naja, Leute. Wer weiß wieder, dass ich besser bin. Okay, Kill-Duell. Kill-Duell. Ja, okay. Nein. Ich mache 20 Bombs, du auch. Kill-Duell. Kill-Duell. Ja, obwohl ich muss sagen, ich finde den Skin auch fett, diesen grünen, dieses grüne Monster, aber es geht eigentlich. Er ist spielbar irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Da haben die irgendwie ein bisschen was anders gemacht, ne? Von der Kamera her oder so. Ja, geht. Er ist schon ein richtig fetter, Digga. Ja, er ist schon fett, sagt halt. Boah, er sieht echt gar nichts in. Doch, wir zocken noch Kapp gleich, Leute. Boah, guckt euch diese Pickaxe an. Die ist so geil. Guck mal, die Pickaxe. Wer schießt das? Habe ich die auch? Ne. Boah, die war schon übelang nicht im Shop gewesen. Also, wenn du die hast, ist die extrem selten. Ja, okay. Habe ich nicht, denke ich. Die war jetzt, glaube ich, neuer Tage nicht im Shop oder so, Leute. Ja, moin. Ist das hier Plenny Lenny, Leute? Der hat doch gerade auch mit dir gezockt mit mir. Und Tastatur geht nicht. Ich meine, mein, mein, keine Ahnung, ich habe so ein Programm, damit ich so Double-Movement habe, aber... Stark. Sehr gut vorbereitet, merke ich. Oh Gott. Sehr gut vorbereitet, merke ich. Da bin ich immer... Ja, ich glaube, da bin ich von Grosso gar nicht so ein No-Bild, oder? Ja, boah. Ich kann gerade nicht sprinten da rum. Ja, das ist sehr gut. Oh, da ist Leon. Ich ziehe gleich hoch. Warte, 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 warte. Ich lande einmal da oben, ist nicht nur hoch. Ah, jetzt geht's, komm. Boah, es gibt MG jetzt? Ja, klar, schon lange. Aber ich glaube halt in der Arena nicht. Ey, Leon, was geht, Junge? Was geht ab? Was geht ab, Alter? Bist du ready heute für Top-Platzierung? Absolut, Digga, wir gewinnen halt sowieso. Bro, ich habe mit Mikno, wir haben den Solo Cup gezockt. Du glaubst nicht, wie wir abgegangen sind. Stark, stark. Ihr habt den Solo Cup gespielt, oder wie? Bro, bist du so abgegangen? Den Solo Cup oder den Duo? Äh, den Duo Cup, Duo Cup. Ich habe mit Mikno den Squad Cup auf Millis gespielt, und wir haben Irings gut. Ja, der hat auch schon erzählt. Ja, zu krass. Wir haben Wetten gewonnen, das ist egal. Mein Gott, wir haben gewonnen, weil sein PC nicht gecrasht oder so. Ich habe den Trick wieder weggemacht, direkt. Richtig, Digga. Egal, dafür geben wir heute, das können wir nicht gewonnen. Top-10 ist Ziel. 10, okay. Wer hat eigentlich gestern dieses bei Armada gewonnen, dieses komische Turnier da? Keine Ahnung, das ist schon toll. Wollen richtig, bis zu einem Neuer einfach. Der hat noch nie gewonnen, irgendwas. Ach stimmt, doch, ich habe es gelesen. Doch, doch. Auch schon der Beste. Stimmt, der hat ja erst 2500 Earnings oder so. Ich brauche wieder Hilfe. 51, ja? Ja, ich komme, ich komme. Ich helfe dir gar kein Ding. Ihr wolltet irgendeine Taktik besprechen? Ja, ja, was machen wir für Taktik? Sag mal, Fahrzeug gibt es nicht mehr. Ja, eben, deswegen ja. Keine Ahnung, Digga. Ich weiß auch, was ich mir mal sagen. Wo lang die überhaupt? Weiß ich nicht. Hey, krass. Ich darf ihn nicht entscheiden, Digga. Ich darf ihn nicht entscheiden. Hinter uns. Hinter uns, der S1, links, links. Irgendwann, ich war nicht bei ihm. Hey, Bro, diese Bots hier nervt so, Junge. Ich sag dir ehrlich, die sind so am nerven. Ah, die haben Bots geholt, oder? Nee, das war ein Typ. Der ist wie abgehauen. Der ist wie abgehauen. Ja, doch, den Cup gibt es, Leute. Aber es wird der Hype Cup angezeigt. Ich weiß auch nicht, warum. Ey, ich wollte gestern den Solo Cup zocken in No Build. Ich dachte, dass wir ein No Build Cup haben. Jetzt kommen die wahrscheinlich zu zweit. Ja, das war der. Zack. Hat direkt Respekt bekommen. Das war mit Bauen oder gestern? Ja, war mit Bauen gewesen. Hab ich gar nicht gezockt. Ja, ich hab schon gar keinen Nerv gehabt. Hau ab mit dieser scheiß Trommelgang. Was war denn eure Taktik beim Squad Cup, Leon? War auch nur Auto, oder? Also, ich hab keine Ahnung, was wir machen sollen jetzt. Wie landet einer? Hinter dir ist einer. Ach, ach so, hinter mir ist einer. Wo denn? Ach. Was machen wir jetzt mit denen? Ein Kopf fürs Geben. Justin, Junge. Das war mit Noobs schuld. Ja, ich sag euch ehrlich, vielleicht ist Jetpack-Meta Cupi. Nee, glaub ich auf jeden Fall nicht der Gämeister. Digger, weil ich hab noch keinen jemals Jetpack-Spielen. Bro, ich spiele mal Jetpack, ist doch geil. Im Public. Digger, einfach Jetpack-Meta. Ich schau mal vor. Wie gesagt, die Jetpack-Meta Cupi. Die werden alle Jetpack-Spielen. Oder ist er ein Panzer? Wie rast's denn aus? Ich schau ab. Ey, Panzer wird zum Glück auch nicht gehen. Das ist schon mal richtig. Ja, okay, Alter. Panzer ist auch raus, ja. Wow, wie geht's? Keine, ja. Ey, das ist mega geil. Aber, ja. Bro, dieser Panzer verfolgt mich gerade. Ich kann nichts machen. Er ist richtig sauer auf mich. Oh mein Gott, der Panzerfahrer ist so sauer. Oh mein Gott, ich bin weg hier. Holt er mich einfach. Holt er mich, komm. Ich hab noch nie so einen sauren Panzerfahrer gesehen. Oh, sein Kollege kommt hoch. Ich bin entloch. 25 HP, bro. Ich hol jetzt hier ab. Ich hol meinen. Hap ihn. Stark. Starkes Movement. Ich bin tot. Hier waren zwei Leute, die wir aus dem Campen, Digga. Ja, die spielen ganz komisch. Ich spiel mit Panzer und dann pushen die dich. Wo landen war es Synapse Station wieder? Ja, da wäre man nicht afraid, der die God Drops hat. Keine Ahnung. Wir dürfen das, wenn wir keine guten Drops erfüllen. Da ist sogar Rift, das wäre gut. Ja, eigentlich Rift ist gut. Ja, eigentlich Rift ist gut. Dann könnten wir eigentlich aggressiv auf Dings gehen, auf Zeppelin. Ja. Zeppelin gibt es auch Rift nicht mehr. Es gibt kein Zeppelin außer Antilted mehr, habe ich gehört. Nein, nein, nein. Rocky gibt es doch noch den? In Competitive. Nein, nein. In Competitive wurden, also in Tournament Modes wurden, glaube ich, alle Zeppeliner runtergemacht. Außer Antilted, Digga. Oha, okay. Ich sag dir echt, wir müssen übelst schnell rotieren, dass wir eine gute Pose haben. Na eben, keine Ahnung, wie das klappen soll mit keinen Autos mehr, Digga. Aber warte, wir haben ja, warte, wir haben ein schwarze Auto. Wir haben ein I.O.K. bei uns, aber weint, wir haben Autos. Nein, nein, die haben alle Autos rausgenommen. Haben die gestern auf Twitter geschrieben? Ja, ja, nicht alle Autos, nur die schwarzen Autos sind noch drin. Ach, die I.O. sind noch drin? Ja, genau, genau. Und wir haben eins bei uns bei Synapse Station. Ja, dann was soll an? Aber kann ich mal reparieren, jetzt, Digga. Nee, rep... Ja, die haben dieses Gerät entfernt. Boah, hast du diesen Jump gesehen? Boah, das ist was für's. Digga, da ist einfach Tilted. Boah, was liegt denn hier alles? Nice, wow. Stark. Sie plumpen Kassa, oder? Oder was? Die neue Farm. Wow, die ist grau. Überleg mal. Gibt es eine neue Farm? Die ist ein Ranger. Achso, ja, okay. Die ist ein Ranger. Nice Warte, ich nehme vielleicht Medkit mit, dann hole ich die Siertel Wenn du Schaden kriegst, sieht das Schild nicht auf, stimmt Guter Call Das bin mir nicht aufgefallen Wegen der Sonja, das stimmt Gorm, ich flieg rein Aber ist besser, ich sag dir ehrlich, mit diesem Auto reparieren, das war einfach zu broke gewesen, das war zu nervig Die ganzen Idioten sind ja nur mit Auto rumgefahren Ja Das war ja nur noch Glück gewesen, dass du nicht getroffen wirst, wenn du ein Auto hast, weißt du? Generell, Competitive war wirklich so eine Scheiße, muss ich sagen, mit den Autos Die haben ja deswegen auch die Performance immer so schlecht gewesen Ja, aber Ich glaube, daran wird sich nicht so viel ändern Ja, doch, also haben die zumindest geschrieben, was angeblich besorgt wurde Ja, aber Das ist ja sofort, also im Endeffekt Ja, sicher Hm, Combo wäre er nice Hier kommt ein Auto von hinten Das ist geil Bro, das fetzt Man, du aber. Brauchst du Hilfe? Ich bin glaub tot. Wir haben einfach Auto kaputt gemacht. Wir lassen wieder killen, der einer ist down. Das ist minus 100 aber. Heels war der slow? Okay, nass. Ich fliege einfach auf. Oh, die sind so frech. Da macht die wirklich Session in der Zone. Ich check's halt nicht. Die Zone ist halt irgendwo am Arsch der Welt in den Nerven. Brauchst du ein Med-Kit noch? Ja, hab ich hier. War das das gewesen? Ne. Ja, doch. Hier oben liegt auch noch eins. Nimm mal zwei mit. Ja. Hier ist noch mal unser Auto. Das können wir gleich nehmen. Der muss einsteigen gleich. Das macht 3-Ticks gleich. Ja, nimm den Med-Kit und dann fahren wir los gleich. Beide. Ich glaube wir gewinnen heute einfach. Ja, bestimmt auch. Mein Name ist gar zu krass glaub ich. Ja, aber KVL sieht jetzt grad nicht so gut aus, ne? Für dich. Ja, ich will ja auch nicht ernst. Hast du noch einen Med-Kit? Ja. Muss jetzt nehmen. Ja, nimm den jetzt mal. Ich fahre rein. Überfahrten einfach. Ja. 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 Ey, du stirbst. Flieg in die Zone. Hier, mich hier. Hier, mich hier. Hinterm Stein. Wo ist die? Komm, fest auf. Hier ist keiner, hier ist keiner. Hier ist keiner, nice. Links einer, links. Er kommt. Ja, 100. Nice. Oh, schade, dass die Ranger nicht im Dings gibt, Leute. Competitive. Das wär big, Alter. Ja, wurden die Schocken auch rausgenommen, oder was? Na, Mikluf-Seite gibt's nicht im Competitive. Ja, in der Arena, ja. In der Arena, ja. Aber, aber, aber... In Dings gibt's die. Ich weiß nicht. Boah, das ist halt big. Ich sag dir ehrlich, die Endgame... Mit, äh... Mit MP, das ist schon krass, eigentlich. Ja, ja. Ist halt immer noch Meta. 100% Ja, stimmt. Egal, wir gewinnen einfach. Egal, wie, wir gewinnen einfach. Aber Mikluf darf sich wieder so weit nach vorne laufen, Digga. Hä? Nein, ich schwöre. No Build Cup, ne? Wir spielen einfach um Earnings, Stani. Du willst nicht wissen, was Mikluf teilweise gemacht hat, Digga? Er ist irgendwo auf andere Berge gegangen und versucht, Leute zu killen, Digga. Ey, Bro, weißt du, ich hab das Gefühl gehabt, ich spiel mit ihm Cup, Bro. Er spielt einfach, als wäre es Public. Ja, ja, Mikluf. Hier links ist einer hier. Ja. Er spielt Real Talk, als wäre es Public. Er ist One, Bro. Er ist One, Bro. Wie lange hab ich den Strecken? Sonst wie Gold. Genug. Zehn Minuten. Pizza. Machst du einer? Dann gibt's zwei Chips. Was? Was? Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Bro, es sind zwei Leute drin. Die Raspe richtig aus. Ey. Na tot? Ich konnte nichts machen. Ja, alles gut. Oh, ich geh mich nicht zu Hause kurz. Na ja, okay. Ich geh essen. Ich geh essen, ja. Ich mach das, ich gewinn das. Ich bin ganz normale Pizza Talami, Digga. Bro. Die spielen wirklich Double Drum Gun im Haus und kämpfen da. Äh, im Busch und kämpfen. Äh, das sind die absoluten Ehrenmänner. Danke für nichts. Geil. Geil. Okay. Okay. Okay, er sitzt im Baum. Er sitzt im Baum. Es gibt's nicht, Bro. Was ist hier? Was ist das für eine Runde? Was soll ich hier machen, Alter? Sagts mir bitte. Hinter mir auch. Bro, was soll ich machen? Bitte lasst mich in Ruhe. Ey. Wirklich, Digga. Es leben 30 Leute. Alle gehen auf mich. Es ist unbelievable, Bro. Es ist wirklich unbelievable. Der eine sitzt im Baum, schießt die anderen da hinten, der andere macht da Flickflack. Ich check's nicht. Warte, ich leite dich ein Leon. Haben wir jetzt noch überhaupt auf der F? Ja, safe. Wenn du mich nicht entfernt hast? Nee. Dann haben wir jetzt noch safe. Bist du on? Äh, ja, ja. Ja, wir haben uns gar nicht auf der F. Doch, safe, warte. Ich guck jetzt nach. Warte, ich muss kurz lieben. Gib mir eine Sekunde. Nein, ich glaub, irgendjemand hat dich eingeladen gehabt. Ah, stimmt, kann sein, ja. Warte. Ich hab nen Big Note auf jeden Fall. Warte, wie heißt du den Game? Hm, Standard-Skill-Ueller. Ich schreib Freundesdings aus. Warte, ich schreib die per Demo, okay? Ja. Ja, ist raus. So, warte. Boah, kann ich sehen, wer mich geerdet hat? Digga, weiß ich noch nicht. Digga, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wo's ist, Digga. Warte, ich esse dich noch mal. Vielleicht kannst du einfach annehmen. Nee, geht nicht mehr. Scheiße. Warte, ich find's safe gleich schön. Aber wo kann man das finden? Hey, Junge, ich hab so lange keine Freunde mehr angenommen. Ganz unten, glaub ich, oder? Warte, hier. Friend Invites. Ah, okay, ja, safe. Okay, warte, jetzt muss ich dich kurz finden. S, so ist S. Viel Erfolg brauchen wir nicht. Oha. Da hab ich gekannt. Let's go. Geil. Lass mal einmal nochmal Sign-Up Station landen. Syn-Up Station. Syn-Up Station. Syn-Up. Auf Professional. Auf Face Clan. Ich red halt auch international jetzt mittlerweile, weißt du? Ja, ja. Damit du deine, deine Community verarbeitest, Digga. Ja, genau. Das ist richtig. Weil wir haben jetzt auch im letzten Cup, Leute, haben wir auch, muss man ja auch nochmal hier sagen. Im letzten Cup haben wir Top 10 belegt. Da muss man sich dann auch ein bisschen international halten. Ganz einfach. Ja. Okay, this is my mate. Teammate. 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 Mach ready. We going to a Sign-Up Station. Yes, sir. Main Spot. Wollen wir das vielleicht noch irgendwo posten? Twitter? Mach mal. Ich glaub, ich spiel nicht so viele. Weil grad läuft ja noch ins Cash Cup Final, weil, keine Ahnung. Oder ne, in einer Stunde beginnt's. Ja, ist die frühe Scheiße. Also ist das noch Cash Cup Finals? Ja, ja, in einer Stunde, weil es war ja schon Cash Cup Final, aber irgendwie, weil die haben ja so ein Update gebracht und deswegen, jeder der jetzt Finals gespielt hat, kann jetzt aber nochmal spielen. Und kann nochmal Geld bekommen. So unfair. Ist das unfair? Ja, sehr unfair. Warum? Ja, weil Leute, die zum Beispiel Earnings gemacht haben, also vor 30 geplaced haben, in einem Cash Cup Final, die bekommen das Geld, aber die können jetzt nochmal Finals spielen. Und können nochmal Geld bekommen. Ach so, und die anderen kriegen nix mehr. Ne, also ne, die, die sich nicht gecoaled haben, die haben, es gibt nicht immer sowas, wo man sich qualifizieren kann. Einfach. Das ist ja dumm. Also die kriegen einfach extra Sachen quasi. Ja, genau, genau, genau. Aber egal. Ja, das ist eben nur einmal. Das hat ihn gegönnt. Was ist da? Erster Platz? Was gibt's da? Erster Platz? Äh... 2500 Euro, glaub ich. Oder Dollar. Ah, okay. Ja, die sollen mal hier ein bisschen mehr im No-Bild reinbringen. Sag dir echt? Ja, no joke. Ah, Rena reinbringen und so. Ich hab jeden No-Bild gehabt. Wo's um Geld ging, hab ich Geld gemacht. Hier im Einzelnen. Das ist Rocky, ne? Das ist Synapse. Jasmin, Ehre. Dank dir für 21 Monate Resub. Kuss. Ja, die müssen ja endlich No-Bild-Arena reinbringen, richtig ehrlich. Ja. Kommt auch safe. Ich glaub mit ein neues Season. Ja, ne neues Season glaub ich auch, dass ein safe rein kommt. Weil auch die ganzen ja hier, Ninja, Tiffy und so, die spielen auch alle No-Bild. Ja, deswegen, ja. Und wenn die das nicht... Die haben ja jetzt schon mehr Cups reingehauen, extra? Ja, äh... Was wir jetzt da spielen, ist ja so extra Cups. Ja, ja. Und wenn die das nicht machen, also wenn die das nicht machen, mehr No-Bild reinbringen, dann werden die wieder Fortnite quitten. Ganz klare Sache. Ja, das war so. Dann werden die wieder zu... Keine Ahnung was gehen. Rocky sind uns das letzte Mal immer welche contested im Duo, ne? Seid ihr auch hier gelandet? Ja, ja. Ja. Ich hab der Safe gewonnen die ganze Zeit. Obvious. Hoorah. Hab da ne Money bekommen. Ja, hab ich mir halt gedacht. Ne, ich hab nicht mal die Waffe bekommen. Du hast die Waffen geklaut. Naja, ich hab die Waffe bekommen. Es geht in sieben Minuten los, by the way, ne? Also... Ja... Aber ich kann dir noch kurz... Ich kann dir kurz zeigen, wo das Auto ist. Oder weißt du's? Ja, du weißt es. Nee, weiß nicht. Okay, mal. Da vorne an die Tome, oder was? Aber das ist... Ja, genau. Das ist hier oben am Tome. Ja, das ist 100%. Ah, das ist 100%. Okay. Ja, Bro. Das wäre so wichtig, das Auto eigentlich dann. Ja, aber hier haben wir auch Reifen und alles. Wir können ja auch tanken. Und ich glaub diese... Man kann immer noch reparieren. Ne, ne. Das haben die rausgenommen. Haben die gepostet. Ne, ne. Das ist schon ein bisschen länger her mit den Repair-Touch. Aber man kann die immer noch finden. Also... Ich hab schon gespielt gehabt. No Build Cup. Und da konnte man... Also da konnten wir immer noch repairen. Leute, hat jemand Kato heute gesehen? Er hat doch hier den East gezockt. Gab's das Repair-Teil da? Oder gab's das nicht? Ich hab die auch ohne Aus gespielt. Aber ich denke mal, das gibt's noch. Wenn wir dann gleich sehen. Im Endeffekt. Aber... Sarankan, du weißt doch mal alles. Was ist das für ein MG jetzt? Die LMG? Kennst du die nicht? Ja, die ist neu. Haben die neu gemacht. Wer war die anders? Ja, ja. Die ist jetzt... Dings hier so. Bisher auf mittlere Stanz. Ist echt gut. Macht auch gut damage. Aber... Ich hab's eh nicht so viel machen außer... Ich weiß noch. Er ist reingerannt. Wir feiern ein Mal. Man muss sowieso... Wir müssen wie so'n Hund zurückhalten, Digga. Bro, wir sind alle aber wirklich. Das war zu krank. Zweite Runde. Wo er eigentlich schon die Besseren dann waren. Er rennt auch einfach rein. Bro, wir sind einfach überall reingerannt. Alles gibt's Challenge. Das war zu krank gewesen. Was hat die geworden heute weg? Das wird Spaß? Ach, wir haben irgendwann aufgehört. Also wir haben echt übertrieben. Also erste... Ich glaub, erste Runde war richtig schlecht gewesen. Da haben wir einfach keine Waffen bekommen. Da sind wir einfach gestorben. Und... Oder war erste Runde noch gut, Leute. Ich weiß das gar nicht mehr. Und dann sind wir einfach offensiv reingegangen. Irgendwann, weil wir kein Dings mehr hatten. Also erst... Nee, ich glaub, zweite Runde... Erste Runde war Müll. Zweite Runde war Baba. Und... Ähm... Ja, er geht gleich los, der Cup. Ich will kurz auf den Mikro warten, bis er seine Pizza auch gegessen hat. Der bestellt sich immer kurz vor einem Cup in eine Pizza. Digga... Keine Ahnung. Es gibt voll viele, die uns machen. Gestern... Ich hab ein Customs gespielt mit Nirox. Und er hat auch einfach Dings... Er hat einfach mit einem Customs weggegangen, musste die Tür aufmachen. Wir sind beide gestorben. No Build, oder habt ihr da mit Bound? Ne, wir haben mit Bound gespielt. Hier sind richtig viele Leute. Wo sind die Oma, oder? Keine Ahnung. Die sind mit die Forträger. Der kann das machen. Wir sind ja keine Leute. Hier oben. Oh, ich bräuchte schon mal eine MP, Alter. Was ist das hier? Ich hab's mir schweißen. Aber ich hab's mir schweißen. Er kiebt nicht, weil ich keine MP habe, Junge. Danke, Bro. Ist echt ein Wort gewesen? Das bringt es halt nicht so diese ranger kannst du ohne mp gar nicht spielen das ist was ein schuss der kommt mit dran ich habe hier links hier schilder ich habe so viele bots kann man checkt gar nicht oh mein gott wo kommt er denn hier wie es jetzt Aufsteher down? Warte, 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 warte Alter, diese Boss sind so nervig Alter Gylon Fuck Ey, die LMB ist aber auch völlig stabil Ja, die ist doch cool, aber Ich find MP besser Ja Also natürlich die ganze Zeit, was wir auf dem Game Ey, wir sind mit Züglich Boss Und ich checkar nicht Okay, jetzt nach oben ja Ich bin Justpack Fuck, hat die Meter Ey, ich seh nicht mehr durch, Leute So, jo Oha, ist da Natürlich pünktlich Ja 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 Lass lieben, Juggi Mal machen Ja, Bro, ich such den grad, wer ist denn Boss hier? Ich bin Boss hier Yeah, try it Hey, wo ist der scheiße Cut? Ach hier Wichtig, wichtig Dalalalalalalabi Ja Er wollte denn eigentlich Serious spielen in den Skin, ne? Hätte ich gemacht Nein, Digga, ich lasse den damit nicht spielen Ich treffe eh alles Ich muss nichts sehen Digga, wick du. Ja, du schießt aber irgendwann hin, ich treff schon. Ja, schießt schon. Ja, okay, ich glaub, wir sollen Panzer spielen, Kapi. Doch, kann man eigentlich machen. Wir haben aber den Bus auch noch bei uns, ne? Stimmt, wenn jetzt den Bus... Ich bin ja mein, das gibt's ja eigentlich nicht im Dings. Ah, doch, wirst du gleich sehen. Ah, doch, den Bus gibt's nicht mehr, stimmt. Den Bus gibt's nicht mehr. Nur die schwarzen Autos, du hast vergessen. Bro, ich wette, es gibt gar keine Autos, so ein Ding würde das sein. Auch, schwarze Autos gibt's dann noch. Ah, es wird gar nichts geben. Also, normal competitive gibt's das noch, in Arena, nicht in Arena, sondern in Dings. Wir haben gestern einen richtig großen Tweet gemacht. Ja, weiß ich doch, Junge. Ich weiß nie, Digga, ich guck nie Tweets an, ich weiß nie was. Ja, du bist aber auch Twitter-drohende, Digga. Ich lass mich einmal rüber, rast'n, Digga. Du spielst doch die ganze Zeit mit Valorant. Nein. Natürlich. Morgen Solo Cup, spiel ich. Immer, wenn ich auf Disco gucke, was Mignum macht, er spielt immer Valorant. Ja, ich spiel mal Valorant, heute auch. Schreib mir einfach, Valorant-Verbot. Ja, ich hab dir Valorant-Verbot heute gegeben. Was ist denn in Valorant so cool? Alles, macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Was für ein Rank bist du, Mignum? Ah, du bist irgendwie Immo 3 oder so, ne? Ja, jetzt halt neue Season, die Mod Lines. Nee, das ist die Mod Lines. Hast du eigentlich Carrying, Digga? Boah, ich mach deinen Account von einem Tag direkt auf die Mod. Ja, komm. Ich bin D1. Ja, kann ich machen. Nein, nein, nein. Account gebaut, Digga. Ey, Bro, warum kriegen wir keine Runde? Was ist das für eine Scheiße? Ey, das ist ja voll geil. Wir warten jetzt schon zwei Minuten. Wir warten jetzt schon zwei Minuten. Danke. Bro, wir gewinnen, ey. Wir gewinnen eh den Cup. Boah, ich find auch, bei Valorant ist man richtig, wenn ich mal zugucke, dass man echt so schnell down. Da ist man ja nach zwei, drei Schuss ein Down, ne? Ja, nach einem Schuss eigentlich normalerweise. Also, wenn man auch... Mein Kopf ist tot. Ja, bei Mignum, er spielt nur... Bei ihm Mignum ist es wo, an Schatz. Das ist mir zu verrückt, Leute. Da bleiben wir wieder bei Fortnite. Ey, habt ihr euch gestern den heftigen, seltenen Loading Screen geholt? Den es kam? Das war ja dieser Build Cup gestern, Solo. Hätte ich sogar spielen müssen. Hätte ich gewonnen, den Cup. Oh, wir sind Hot Dropped. Nice, geil. Bro, guck dir mal, so ne Leute spielen hier. Den Cup. So ne Leute hier. Ich würde auch gerne den Skin spielen. So ne Mignum-Skins, Digga. Bro, die spielen einfach Tannenbaum. Guck mal, die spielen einfach Double Tannenbaum, Digga. Ja, die. Ich spiele bei beiden Tannenbaum. Nein, nein, das ist doch noch der dritte Tannenbaum gewesen. Da ist doch der dritte Tannenbaum. Da hast du die. Und die werden wieder gehen, so ein Ding wird das einfach. Mal auf, die Geine, uns holen. Nein, mein Aim. Ey, wenn du schon so Leute siehst, die mit Tannenbaum Series spielen, dann kannst du auch nichts sagen, Leute. Ich bin eh serious, das ist okay, du klaps, Digga. Und denk dran, wir müssen die Mine mitnehmen. Die Mine? Oh, hier kommt keiner mit? Hä? Aber Killpunkte, alles normal, oder? Hab ich auch nicht geguckt. Bro, die Ranger, vergib's doch hier, wie alt ist das denn? Ja, ich seh die auch. Ja, hab ich gesagt. Es gibt auch Reparatiertheit, fuck. Ja, guck, meinte ich doch, aber wir haben ein Auto, chill mal, wir haben ein Auto, das ist gut für uns. Hier, das ist nice. Geh jetzt auf gleich die Hektronummer, hast du dann? Ach, kacke, es gibt ja alles, wir haben nichts rausgenommen. Hä, was haben die denn da gestern für einen Post gemacht, diese Idioten? Das ist ein... Digga, das ist hier. Aber es gibt doch, es gibt... Also es gibt eigentlich keine Autos mehr, außer die sind schwarzen. Ja, aber die haben auch gestern geschrieben, dass... Dingsbums. Die haben auch gestern geschrieben, eigentlich war das ja ein Build Cup, und die haben geschrieben, äh, no Build Cup. Die sind gar nicht mehr durch. E-Fortner, Digga, die sind E-Club. Ich hab auch keine Ahnung, was die machen, eigentlich. Die haben wirklich keine Ahnung, was die machen. Bro, die Post hier ist dann ganz groß, no Build Cup, alle glauben, no Build Cup, aber es ist Bau Cup. Danke. Ich nehm mal hier dieses Reparaturscheiß-Ding mit. Ja, denk dran, dass sie das mitnimmt. Ja, wer nimmt das mit? Ja, ich nehme das mit. Ich nehm ein Ding mit, einfach. Impulses, komm. Ja, ich auch. Wollen wir uns gleich zusammen die Splashies da holen? Ja. Wie diese Stinger da? Digga, ich hör halt auf einem Ohr nichts, Digga. Das ist stark. Warum? Digga, guck mal. Ähm, vorgestern oder so? Mittwoch? Ähm. Digga, ich hab einfach Ohrenschmerzen gehabt, Digga. Ich bin zum Ohrnass gegangen, wie ich hab einfach Indoor-Nass genommen gehabt, Digga. Ach. Ich schwöre. Okay, das ist heftig irgendwie. Und das ist jetzt immer noch so, deswegen, ich hör einfach. Komm, ey, ich hör nur links was. Ey, Ton ist bei uns, nice. Wenn du doppelt da hast, dann hörst du gar nichts mehr. Du hörst ja nichts ins Einsam. Wie geht das wieder weg, was hast du jetzt für Tabletten bekommen? Digga, ich hab so Tropfen bekommen, das... Keine Ahnung, das ist richtig dumm, Digga. Ich muss halt immer warten. Aber es tut halt übertrieben weh, außer wenn ich Ibuprofen nehme, dann geht's klar. Tut das so weh, ne? Ja. Ohrenschmerzen tut richtig weh, Digga. Ohrenschmerzen ist, glaube ich, das Schlimmste. Da musst du dir einfach mal die Ohren waschen. Einfach Wasser rein. Einfach Wasser rein, am Ende ist es noch, ja. Einfach Wasser rein, das fetzt. Boah, hier ist ein lila LMG, aber... Ne, ich spiel die nicht. Du darfst mal so 30 gewonnen machen. Wie wart ihr schon, ne? Kaum krass, das Auto, Digga. Viel Kiste, gönn einmal. Profit Launcher. Geil. Bro, die seltenen Kisten, die bringen gar nichts mehr. Ich bin da. Ich gebe hinein, ja. Die müssen aber Reifraum das Auto machen. Bitte. Hier, es ist die mal hinter dir. Das braucht ihr nicht. Ach, Trucks gibt es auch noch, oder wie? Ach so, nein. Eigentlich sollten die draußen sein, glaube ich. Ach, Trucks sind doch Müll eigentlich, oder nicht? Trucks sind doch Müll. Nobid von denen, aber... Ja, ungefähr ist das nicht mehr. Ey, hier sind Impulsis. Ne, doch nicht. Ne, ne. Boah, Secret Chest, Leute. Sind wir schon am Dings liegen, äh, äh, vorbeigelaufen an Reifen, Leute? Ey, da ist Herr Lama, Jungs, geil. Na, war Herr Lama, Digga. Boah, ich hab... Wir haben schon vier Punkte, wie geht das? Platzierung. Es gibt so viele. Ah ja, ist... Bro, was macht denn der Herr Lama da? Können wir auch mit Auto einfach Leute einfach holen. Ja. Ja, wir brauchen schon. Das ist die erste Runde. Okay, da geht's haufen, geil. Und die wichtig. Soll ich die Biggies mitnehmen? Ich will die Biggies mit. Digga, was ist unser Auto? Wer hat's genommen? Ich hab's. Oh, nee, hier. Äh, Miklip, kannst du die Biggies mitnehmen? Ich nehme zwei Sprinkler mit. Oder nee, scheiß drauf. Ich nehme Biggies mit. Ich nehme Biggies mit. Alles gut, ich habe. Drei Biggies und zwei große Sprinkler. Wir brauchen die Reifen, meine ich, ja, oder? Ich habe Reifen, ich habe Reifen. Ja, ich carry die Kratten. Okay. Okay. Ich muss in den Oven kommen. Da muss ich ja fahren, oder was? Ja. Nee. Nee, du. Digga, bevor ich fahre. Ich hab eh Gott, ey. Du auch. Okay, dann fahre ich auch. Aber, dann fahre ich auch besser. Denkst du dich ja besser sehen, weißt du. Aber Close Rage auf jeden Fall, Digga. Aber, nein, ich weiß nicht, obwohl. Obwohl, Digga. Ja, mit Close Rage hast du ein paar Spiel in Eclipse gegeben, oder? Ja. Close Rage für den MP. Na, aber, ja. Wir brauchen mich auf jeden Fall. Ja, Jungs, die sind auch noch überlooten, ne? Dieser Scheiß-Dings hier. Fahrrad, das ist ein paar Killzons. Ey. Oh nein, schade. Ja, komm, ich bin echt. Boah, ich wette zwei Repair-Kids hier. Boah, irgendwie, ich glaube, man bekommt richtig viele Killpunkte, weil EU hatte ja 300 Punkte als erster, das heißt, so richtig viele Killpunkte habt ihr bekommen. Ja, guck mal. Wie viel gibt's denn pro Kill, weißt du das, einer? Keine Ahnung. Ey, Jungs, warte mal, hier ist noch eine Big Baba Boot, vielleicht kriegen wir Panzerung. Oh, ich hab Panzerung! Und hier unten sind Dings, Jungs. Ich hab die Panzerung. Panzerung fürs Auto, kommt mal her. Panzerung ist scheiße. Wirklich? Boah, es gibt... Kill gibt zwei Punkte. Wir brauchen echt viele Kills, glaube ich. Die Panzerung nicht machen, oder was? Nein, nicht scheiße, Digga, dann gibt unser Auto nicht und so, also das ist nicht scheiße dann. Ey, hier oben sind noch Dinger hier, äh, im Pools, wenn jemand mitnehmen will. Ey, wir müssen, das heißt, 30 Kills noch machen. 16, 19... Ja, warte, ich komm jetzt, ich komm jetzt. 19, 23, 23 Placements gibst du noch. Ey. Ey, echt? Da brauchen wir ja richtig viele Kills, Digga. Ey, bei Gott sogar. Ja, ja. Ach, deswegen sind schon so viel down. Ja, toll, okay, ab Gott. Ey, egal, wir machen jetzt einfach noch 30 Kills. Digga, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich verzählt hast. Ey, die haben doch gestern gesagt, dass die so ein paar Dinger... Ja, Michael Schmidt, ne? Ne, ja, ne, ne, wir gehen fast aufladen. Der Kills. Wie so ein Bild? Hallo. 23 Placements nur. Digga, wir brauchen richtig viele Kills hier jetzt eigentlich. Da vorne, oder? Ah, nein. Ja, dort da oben hier. Dort da vor uns, vor uns. Links, links! Ich hole den. Das, der kämpft. Triple Headshot, das? Auch, schießt nur zwei Mal, ich hab Triple Headshot irgendwie. Ey, Bro, da unten, links, guck mal hier. Ja, ich weiß, ich fahre. Ja, da sind die. Ja, da sind die. Da hat er einen hin. Ja, ich fahre einen. Da nicht. In der Baum. Ne, ich geh auf Baum, ich geh auf, ich geh auf links, geh auf, außen. Ja, okay, wir fahr den dann. Ich fahre aus, ja. Der, einer ist da. Nein, die sind drei Leute. Check hier aus. Ja, einer ist hier in Bursch, einer ist, ich fahre einen. Es muss Seven in Bursch dann. Ne, ne, einfach vor uns. Kill den einfach. 120, hab einen. Hütte mir, ich hole einen. Fahr einfach, fahr. Ich hole ihn. Wo ist er? Denk, da bin ich. Schüppel, denkst. Naja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Jungs, hab hier ein Biggi hier. Ich muss sagen, ja. Ich hab zwei Biggis. Soll ich Sprenkler rauspacken? Weil ich hab Sprenkler. Ja, mach. Geht so lang. Guck mal hier, der hat auch noch Biggi und, äh, Fisch. Fisch liegt da auch noch. Klapper, Digga. Ich muss eigentlich unser Auto auch aufladen, wir haben drei Prozent. Ja, ich hab's hier. Ja, ich hab's hier. Ja, ich hab's hier. Ja, die Dirk, das ist. Ja, ich hab's hier. Lade mal das Auto auf. Ah, Flopper. Nee, ist kein Dings drin. Was ist am Flopper? Kein Benzik, das ist da drin. Ja, doch hier. Achso, lo, ich hab ihn gar nicht gesehen. GG. Ah, ok, doch. Wir können... Links, links, links. Busch, ambush, ambush, ambush. Busch, ja. Minus 120. Komm, wir fahren da hin. Fahin. 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 Ich fahre, fahin. Fahin, fahin, fahin. Fahin, fahin, was du denkst. Einer kann hier einsteigen. Einer kann hier einsteigen. Die dürfen wir nicht aufsteigen. Wir steigen an. Einer ist drin, der Solo. Ich warte kurz, holt den einen. Na ja, ich bleibe. Ja, da ist ein. Hallo? Wir werden das Auto kaputt machen, die Raffe, Digga. Warte, ich kann ja ihr reparieren. Na ja, wir müssen weiter. Fährt Rufe. Da ist einer vor der Pränefahrt. Ich will fast Bic poppen. Ich hab Bic. Achso, gerade. Fahr wieder. Digga, wir müssen unbedingt nicht fahren, Digga. Es gibt ja doch die Blinden. Vorne, vorne. Hier in der Blaze drin. Achso, da hat direkt drei losgeschossen. Ja, vor uns. Die werden hier rauf, wenn wir kommen. Er geht hoch. Er geht hoch. Er geht hoch. Da sind noch zwei oben. Ja, der geht hoch. Der geht hoch. Hits. Zwei hits. Der wird auch noch hoch. Der wird auch noch hoch. Der wird auch noch hoch. Ich hab einen. Wo war der? Ja. Ich hab noch einen. Ab alle War knapp, aber Die haben mats Die haben mats, digga Die haben einfach fucking Dix dabei Äh, vor uns hier noch, Jungs, guck mal hier Die schießen grad hier, irgendwo hier, von hier Da ist einer, der ist fliegt grad hin Da zwei Einer ist knapp Oh, lass hin, lass hin Ja, ich geh dann Fliegt einfach, ich geh mit dem Auto, hier holt er Der, äh, wieder bliebt ihn Ja, ich weiß Drei Team von mir, der kann ich mit dem Set Einer ist down Ja, noch Crack Check ein, wie du lobst, check ein Ja, Bro, das ist alles tot Einer ist down, fängst weg Hinter uns auch noch Ja, wer ist noch Und die Karte hat die Karte, du brauchst das Oh die Karte, oh die Karte, oh die Karte Ich gehst an der Karte, chill Ich bin auf Wien, chill Ja, ich hab Reparaturteile mitgenommen, aber Ja, du musst fahren Ja, fahr, 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 fahr Ich kann nicht switchen Ja, das ist gut, gut Ich hab die Karte, lass mich gut Oder? Hint raus, fahr, 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 fahr Hint raus, fahr, fahr, fahr Ja, mach Aber ein paar so viele, Digga Ich glaub, ich weiß nicht, wie es in Trios so ist, Digga Ob man einfach so auf Leute raubrutschen kann Weil so viele andere Leute kommen, Digga Ah, eigentlich nicht Wir hätten mit dem Auto gehen müssen Ja, mit dem Auto, man muss immer mit dem Auto fahren Aber sonst hab ich keine Deckung Was ich hab, was dann nie tot war, Digga Ja, ich hab einen geholt Aber, ähm, wir beliebt die Toten Ich hab noch, ich hab dich gerettet, Digga Was haben wir Reboot? Ja, ich kann nicht Rebooten, geht das nicht mehr Doch, doch Ich glaub, erste Runde Es gibt echt Viele Killpunkte Habt ihr nen Bake oder so? Ich hab's Flashes gleich, komm Ich wär vielleicht Aber müssen wir weiter fighten Ja, also versuchen Einen zu killen gleich, oder? Ja, einfach rein Habt ihr Minis da das? Ja, wir Minis, ich hab die hier Habt ihr im Auto einfach kurz Willkommen, fahr ich Ich kann noch nicht so gut fahren, also ich weiß nicht, wie wir fahren Sondern... Ah ne, ich kann die auch reparieren Das war ein Loot-Team vorne Das war ein Loot-Team nebenher Bro, was hat der denn hier blaue Dings? Was spielt der denn? Wenn wir jetzt alle holen, können wir 30 Sekunden hoch Komm, komm, komm Ey, ich brauch gleich Muni, wir müssen gleich einmal Muni drauf Vor uns irgendwo Ja Da vorne, direkt von uns, direkt von uns, Dretti Ja Ja, drei Leute Das auf dem ersten Einer Loot Fahr weiter Fahr, komm Fahr Einer von euch fährt Steine fährt Oh, warte, fahr 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 Wir werden vom Blimp, vom Blimp Alles vom Blimp Er ist hit Feist sich weit Ich darf deinem was für erst, oder? Er ist one Oder nicht Warte, ich komme ein Da sind so viele, Digga Fahr, fahr fahr Ich bin nicht schwer Fahr, fahr fahr Fahr, fahr fahr Fahr, fahr fahr Da sind so viele, da sind so viele, da sind so viele, Digga Alles gut Du musst reparieren, du musst reparieren Ja, ja Ja Ich hab einen noch genug dort Jungs, die müssen echt noch mal kurz Moon droppen Ja, ich dropp die jetzt, komm Okay, für den hier raus und da, bieb den Dabbling Crack Watch out oben Dad, einer Ich geb ihm Muni, komm Direkt von mir, der ist dann Wasser, der ist dann Wasser Da kann ich ihn Ja Ja Vorderen 16 Ja Da war, hinten, hier, hinten am Stein Ja, fahr Fahr Hör dich, rau ein Fahr, 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 fahr Fahr, fahr, fahr Fahr Oben auf dem Dings, ich hab, ich hab Lambo aber hier Er muss ihn Oben Bro, Digga, Alter Von links oben, Alter Geht vor uns, links Ja Geht nicht kurz Ich hab Headshot bekommen Wir können resten gehen Wir können resten gehen Wir können resten gehen Geht, glaub ich Ich bin Bock wieder auf Reboot, deswegen Und Autobus weit weg Autobus weit weg Ich repariere das Gehen resten, das ist gut resten Das ist noch anders als im links, pass auf Ne, ja, die haben mich scheiße Ich hab kein Restding mehr Da ist aber noch ein Bus hinter euch Ja, Digga, ich bin von so vielen Leuten geblieben Da sind so viele Leute geblieben Ja, haut ab da, das sind Ja Digga, was, was, er hat halt dein bester Hast du Impulse? Ja, hab ich alles Kann auch weghalten Gebt ihm auch ein Winnie, gebt ihm auch ein Winnie Gebluten alles Ihr könnt nicht rebooten hinten im Ban, ne? Da, rechts Beide los Beide los Dann drauf Dann, einer fällt Nice Von hinten Von hinten Von wo? Ja, von da Von da Was machen die? Egal, du kannst auf Double Rest spielen im Endeffekt Egal Man kann nicht Man kann nicht kurz zum Beispiel Man kann nicht kurz zum Beispiel Ach du scheiße, wie weit ich fliebe nun Man muss direkt von uns Von der Vorne und hinter Du musst direkt am besten Ich hab mein Auto eh repariert Aber ich weiß nicht, wie viel du hast Null Jetzt musst du schnell weg Da links ist weg Da links ist weg, ne? Ne, da kannst du nicht mehr Kannst du chillen Das ist ein Auto, was du benutzen kannst Du kannst benutzen Geist von dir ist auch, ey Da ist einer, da ist einer, da ist einer Ja Alter, ich sehe mich nicht gehen Ich glaube, ich muss weiter Ja, ich rube durch Ja, ich rube durch Ja, ich rube durch So, er kommt drauf an Er ist deck vor heute Pass auf, er ist deck vor heute Zwei, voll Team Voll Team Voll Team Voll Team Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht Geh mal weg, fall mal weg Also so viele hier, Digga Kannst du rock gehen, Baby Ich versuchte rocken zu den nächsten Ach du scheiße, was Oder Ja, das wird jax, Digga Baby, geh einfach zurück zum alten Übel Ich schwöre, in Zone Ist das Zone drin, oder? Ja, das ist in Zone Aber du kannst es vielleicht wissen Das macht 5er Ich hab beide Ich muss rock hier einfach rein, oder? Das macht 5er Ticks jetzt Naja, das ist Zwei hat X gerade noch Zwei hat X gerade noch Nee, 5er danach, aber 5er danach 5er danach, ist nicht worth Ist nicht worth, ist nicht worth Geh zurück Reaktion, wir haben zu morgen Reaktion, wir haben zu morgen Reaktion Perfekt Was gut Ich glaube nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin nicht dumm, du kannst Leit resen in den Dings Rock, ich kann nicht echt, oder? Ja, du kannst resen Du musst nur aufpassen, dass die oben nicht runterkommt Also, dass die nicht runterkommt Also, dass die nicht runterkommt Das Bier ist gleich hier drin Bin ich auch noch laut, Digga Ich dumm immer Oh mein Gott Oh mein Gott Du musst jetzt Du musst halt wirklich Oh mein Gott Du musst mies aufpassen, deswegen Dings Weil, wenn jemand reinkommt Kannst du es machen Kannst du es raus Oh mein Gott Egal, wir gewinnen das Wie ist die noch die Runde? Mad Kid am besten Oh, Floppa alles Wenn wir resen, dann gewinnen wir die Runde noch Davon, dass man noch Mad Kid sehen wirst Es gibt anscheinend In Noville gibt es doch noch Autos, okay Ich kann ja nicht fahren, Digga Ich habe keine Ahnung, was ich mache Ich kann ja nicht fahren Panzer gibt es auch noch? Hä? Ja beides Ja beides Oh mein Gott, bitte, bitte Okay, wir haben Bomb Protection, wenn wir rein spawnen Und wir können ins Haus Das war rein und Ja Ich habe euch alles Schild Gut, gut, gut Ich hole den Schild Barrel Du darfst nicht sterben 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 Kommt Kommt Kacke Alle 1 HP Alle 1 HP Ja der eine ist weg Hab einen Hab einen Hab zwei Nice was Einer ist abgehauen Komm jetzt Splashy Nice, nice Das ist alles wieder Habt ihr den Sodo geholt nach vorne? Ne, ne der ist abgehauen Er ist abgehauen Er ist entcamped hier Einer HP Nice Ich brauche, ich brauche Ah, ich brauche keine Wurders mehr Wir müssen rein, pass auf Hau oberte drauf Oben Wie kühlt es? Low, low Nice Wir können den Sip-Line da rauf, ich schwöre Komm Ja, Sip-Line, ja, müssen wir echt Das Da haben wir Steffelin Da haben wir Steffelin Der inlock, deswegen Er ist tot, er ist tot Da geht gerade ein anderes Team rauf, glaube ich Ich shit mal ein bisschen Anderes Team da gerade Der fliegt tot, er fliegt hinter dir Hinter dir, hinter dir Ich fliege der Laser von oben, die tot Minus 200 Ich komm nicht mehr weg Die Laser oben, die Laser oben Er ist da unten Er ist da unten Komm her, komm her Ich hab ihn Du bist Die oben Haben ein Wort Drei Leute oben Die müssen zu meinem Loot irgendwie Was hast du? Was hast du? Alles Ich fliegen Ihr könnt resten, oder? Ihr könnt resten, ich schwöre, ihr könnt resten Maybe Ihr habt doch genug Zeit, oder? Hast du Impostes? Nein, ne? Nein Komm runter, komm runter Alles gut, chill, ich komm gleich Kontakt her Ja, du kannst hochkommen, glaube ich Es ist mehr Risiken Ja, Zone kommt jetzt auch noch Na unten, hier ist keiner, Bro Hier ist doch keiner Aber Zone kommt jetzt Der kann trotzdem Hier unten auf dem Ding Auf dem Ding, komm her Resten wir mal in Zone Ja, du hast welches, ne? Ne, hab ich nicht mehr Da oben liegen welche Du musst jetzt aber Glück haben Du musst sprinten, aber Na, das schaffst du nicht Ich komm schon Oh, da ist rechts einer noch Rechts ist hier einer Hä, zweiter noch noch geholt Zweiter, top Weil der eine gestorben ist noch Geil Es geht dann nur sieben Runden, ne? Ist mir aufgefallen? Ja, und Kills geben zu viel Ja, Kills geben mies viel Winn hat der nur zwei Punkte gegeben, aber Oder drei Ja Okay, lass einfach jetzt versuchen Jede Runde einen blind zu stehen Kommst los ich am meisten Was zu machen? Das war sehr schlecht Also einen als Zeppelin zu spielen Zeppelin einfach Bro, was haben die Ersten denn gemacht, Bro? Die haben 30 Kills gemacht Ja, die Ersten waren bei uns in der Runde Die waren mies schlecht, Digga Die haben die gekillt sogar Alle, die wurden Erster bei uns In der Runde Ich hab die überhaupt zweimal gekillt Der Leon? Dieser, nein, nein, dieser Keyvix Der ist richtig schlecht Die waren richtig, richtig schlecht Also, keine Ahnung Boah, wir sind jetzt neunter, Digga Das ist glaub ich mies einfach zu gewinnen, Digga Weil wir gewinnen Wir müssen einfach Guck mal, guck mal Wir spielen jetzt einfach so Wir gehen auf Zeppelin Wir versuchen irgendwie Zeppelin zu holen Ja Also wir looten Silent schnell Rift einfach auf irgendein Zeppelin Weil Auto lohnt's glaub ich In Trios nicht so krass, Digga Also schon ein bisschen, aber In Trios ist halt ein bisschen, äh, hier Weil wenn man raus geht und so Kommt man nicht schnell wieder rein und so Also Einen haben schnell Repair Und dann kann der andere nix machen Und so weiter erzählen Wollen wir trotzdem Synapse Station landen und dann nix gehen? Sag ich schon, oder? Ja Dann einfach rauflüften Das war einfach dieses Käpt'n Blau mit zu Team Was, äh, wo, 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 wo so viele Leute waren War das gewesen Ja, genau, äh, was erster Platz wurde, war das Team, wo Standard das erste Mal gestorben ist, Digga, an denen Ah, ja, die, ah, die Und da, wo, da wo dann, äh, wo ich dann auch gestorben bin, an den Also, an den Weil ich, die sind, war hinter mir Aber die mit dem Dings haben, ähm Hier Ah, haben ich ja gefinisht Ja, aber die einen haben auch schon zwei Matches hier, die gerade dritter sind auch Also, wir gehen jetzt quasi Synapse Station, gehen einfach Rocky Reels auf dem Zeppelin, ne? Mhm Ja, genau Dann müssen wir hoffen, nach Zone da ist und lass die alle reinrotieren und dann ist vorbei Ja, wir können dann ja auch auf dem nächsten Zeppelin gehen eigentlich Es gibt nur noch Rocky Reels, Tilted Also, ich glaube, so bekommen wir jede Runde 30 Kills, um ehrlich zu sagen, mindestens Aber wir dürfen halt bloß nicht so, wenn wir einen locken, einfach direkt den Finish holen Ja Und dann den nächsten holen und dann den wieder finishen Also, dann bekommt man Sogar, falls jemand wegkommt, ist eigentlich gut, weil dann Resendee und dann bekommen wir nochmal Kills, wie schlimm Und dann wird der Fall Sogar, wir gehen jetzt mal durch die Runde Wenn wir richtig schnell mit Looten sind und alles richtig early bekommen, sind wir eigentlich so chillig, weil wir als erster auf dem Ding drauf oder die Leute, die da oben drauf sind, haben wir wahrscheinlich einfach nix, Digga. Ja, wir haben eh viel Loot, deswegen ja. Ja, für das ist richtig schnell Loot. Ich glaube, es ist auch nicht so stacked, ich weiß nicht, ob sich das Auto so krass lohnt, aber deswegen lohnt sich das Auto mehr, aber erst später. Bro, Zone ist wieder echt, wenn wir die Zeppelin kriegen, glaube ich, wäre big, Alter. Zone ist echt gut. Ja, vergisst du immer die Munitionskisten von euch. Ich schlinde, ich stecke gerade, da war ich glaube ich noch gerade, ich wo du bist. Du wirst schon mitmachen. Du dreht richtig schnell an. Ja, bringt aber hier nix, wenn du nachher keine Munition mehr hast. Ja, okay. Schade. Wieder ein paar Leute holen direkt da oben. Wollte ich was haben. Ich brauch noch ein paar Minis, dann bin ich eigentlich Schilling. Bro, ich hab noch nicht einen hier, Dings. Nades sind da nicht richtig krass. Wollte geht. Ich kann perfekte ja nicht schaffen. Ja, das Ding sind 60 Meter. Direkt drei Leute mit zwei Nades. Ja, das müsste auch erst was set haben, Digger, ein paar wie Nades. Ja, ja. Ist extra weit weglaufen. Ich hab alles. Ich hab auch alles Digger. So ne gute MP noch. Ich kann durchschliften. Ich kann das auch durchschliften. In so 20, 30 Sekunden. Habt ihr die Splashys hier schon aufgemacht? Ja, ne? Ja, ich hab die meisten. Wir liegen nach zwei, wenn du den willst, ne? Ja, ich guck mal hier gerade mal. Fässer oder was sind da? Ne, Splashys halt. Hier unten sind noch Dings Splashys. Kannst Splashys nehmen. Ne, alles gut. Habt ihr noch mal Dings gefunden? Ich kann aber Splashys mitnehmen, ja? Boah, nur noch 60 Leute. Deswegen für den Splashys, danke. Warte, ich nur noch die Splashys müssen, dann bin ich ready. Mhm. Warte, ich habe nur 120 Schuss, aber gut. Wir kriegen wahrscheinlich, wenn wir eh killen. Ja, kommen wir dann. Speed Raider, die haben. Okay, komm, komm, komm. Ja, warte, ich nur noch die Splashys müssen, dann komm ich. Ja. Ey, Bro, dieser... Was ist mit der Lobby los? Guck mal. Ah, Mini-Mart, was ist drin? Der ist doch gut, oder nicht? Nein, gut, der ist schon mal drin. Mini-Mart. Okay, ich bin ready, Jungs. Wir auch. Ah, okay, das ist das. Kommen Sie mal. Schaffen wir das mit deinem Ding drauf? Ja, ja, wir schaffen es, glaube ich, direkt drauf. Ja, ich habe perfekt draufgekommen. Die ersten sind drin. Okay, okay. Ja, die ersten sind drinnen. Ja, die ersten sind drinnen. Alles gut. Die ersten sind aber scheiße, Leo. Der erste ist gestorben, gerade. Der erste ist gestorben. Die sind aber kacken. Deine von dem. Okay, lass doch mal ganz schnell da oben claimen. Da ist keiner. Da ist keiner. Die beiden unten, oder? Da sind, glaube ich... Die beiden komplett unten, wenn wir hier umlanden. Das sind, glaube ich, Bots, Digga. Ja, das sind Bots. Das sind Bots. Böh. Bro, hier war gar keiner. Ich habe mal Footsteps irgendwo unter mir. Ja, das sind Bots wahrscheinlich. Chiller war es hier unten dann. Ja, jetzt sind einfach... Hier unten sind nur Bots, Digga. Ich werde abgeschossen. Von da, von da, von da, von da. Fick die, fick die da unten. Ja, ja, ich sehe es. Warte, warte auf den. Da, der, da. Der, der, läuft da nach hinten. Crack, Warte. Der ist crack. Der ist right. Mach das Baum. Das Ding kaputt. Der Crack. Double right. Hab ihn. Da hinter noch. Da hinter, da hinter. Da hinter, da hinter. Oh, der Bot killt mich. Die Bots, Digga. Der bleibt immer schön zusammen. Wo sind die Makima? Ja, der Bot. Krieg die Bot, krieg die Bot, krieg die Bot, krieg die Bot. Krieg die Bot, krieg die Bot, krieg die Bot, krieg die Bot. Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Digga, der Bot ist zu gut, by God. Egal, der hat den gefinischt, aber. War da noch einer? Ich hab's gleich. Ich komm mal ehrlich, gleich mal. Ja, zwei reichen eigentlich. Ja, reicht wohl. Bro, lass mal hier unten reingehen, da wurde doch nicht gelootet, oder? Eigentlich können wir da hingehen und den Metz holen, oder? Guck mal hier. Nein, wir bleiben einfach oben. Da oben, ey, geht, geht. Links, links. Den Dynamo. No. Einer Fett. Einer Fett. Ich hab ihn. Mach der Digga. Ich rocket den einfach. Geh mal. Doppel Intermatch hat der eine. Der oben auch, Crack. Der oben drin ist Crack. Ab 1. Ab 1. Bin ich hin. Ja, okay. Ich kann nicht. Lass mal kurz rein. Wir müssen mal loot holen, hier vorne. Ja, ich brauch auch die Metz. Lass beide runter, oder? Hier, hier, hier. Einer bleibt oben. Ja, loot kurz. Ich versuch weiter kill zu. Wir brauchen einen Meckles. Von hier oben. Wenn der einen nockt, pinne ich den. Oh, der hat nur 32 Schuss. WTF. Ich hoffe, meiner hat mehr, aber der hat nicht mal heal dabei. Pass auf, da könnte noch einer sein. Ich wurde abgecampt. Ich geh in den Busch. Er ist nur genockt. Pass auf, dass hier keiner drin ist. Ich warte aber oben, okay? Folglich nicht bin ich. Wenn du gerastest hast, holst du ihn. Oh, der finischt. Die schießen auf uns von hinten. Komm hoch. Hinter mir kommt ein Auto. Da kommen zwei Autos. Wenn du low bist, äh. Dann flieg einfach weg. Wo warst du Minis? Ich hab, ich hab, ich hab. Guck, dass du finish holst. Vielleicht wird der Grass gerastet. Ich hab den Fisch bekommen. Jungs, die müssen direkt hochkommen. Ja, wir kommen hoch. Ja. Hier ist Zip-Line. Zip-Line ist hier. Ich versuche so lange wie möglich zu warten, wenn es geht. Aber die wollen auf jeden Fall oben raus. Die wollen oben raus. Die müssen aufkommen. Ja. Mit uns ist das heilen. Ich bin irgendwo raus. Einer fliegt schon. Versuchst du zu killen? Ja. Erstmal um mich. Ich komm auch hoch. Ich komm auch hoch. Er ist auf mich gelandet. 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 Nein. Ich wusste nicht, dass das schon neben mir ist. Wir können auch nicht für so Sachen, Dinge spielen wie das. So Fahresachen, Digga. Wenn, dann müssen wir auf dem Balloon sticken, Digga. Und dann alle zusammen runtergehen. Oder gar nicht runtergehen, Digga. Weil, war ja klar. Es werden eh irgendwelche hochkommen. Dann können wir die ja killen. Aber, da kann ich nichts machen, Digga. Wenn der Dread hier hochkommt, Digga. Die waren auch immer die Besten, Digga. Dass wir drei Seiten gekommen. Digga, ich hasse Zeppelin auch, Digga. Weil es gibt so viele Sachen, wo du hochkommen kannst. Einer kann ziplinen. Der andere kann hochfliegen. Der andere kann Kanone, Digga, usen. Ich hab keine Ahnung, wie wir spinnen. Und die meisten killst du nur. Weil Auto kann man nicht fahren, Digga. Kann man auch nicht fahren. Eigentlich kann man nur Zeppelin stehen. Aber dann muss man halt zusammenbleiben. Und nicht irgendwie wegblieben. Ja, ja. Dann lass ich nichts machen. Zeppelin. Zeppelin. Oh. Wo bist du, Lofti? Bist du auch hier, oder was? Was? Ne, Lofti ist grad platziert, irgendwie. Boah, wir können halt jeder Rundereintrutsch gewinnen, Digga, aber wir dürfen aber nicht so kackig spielen. Die Quietsche-Ente war ja auch grad drin, ne? Ah, die haben verkackt. Wo bist du denn grad, Lofti? 79 Punkte. Ja, gut, wir haben ein bisschen reingeschoben. Aber ist ja eh nicht schlimm, wir können ja eh nicht alles spielen, von daher passt das. Das war eigentlich echt guter Plan gewesen. Zerbele ihn hoch und dann... Darf nicht so zweit irgendwie runtergehen, Digga, das ist dann ja nichts. Ja. So. So. Hey, Bro, was haben wir denn hier für Wartezeit auf? Ja, das ist halt was, deswegen darf man eigentlich keine Runden nichts, denkst du? Weil wir warten bei dir eine Runde fünf Minuten oder so, Digga. Aber wir haben 69 Punkte, besser geht's doch nicht. Ich gehe jetzt mal an, ich gehe jetzt nicht mehr. Woiellezig. hey komm mach hier nie jetzt hier ja das ist das problem digger und wartet so lange auf eine so wenige spielen glaube ich deswegen kato auf dem dritten grad ach da ist lofty erster platz wird auf jeden fall nicht lange die werden nicht lange gut sein die werden jetzt aufhören jetzt eigentlich 1 2 3 wie in anderen regionen gibt es jede woche no build cup earnings oder was was das denn wir sehen Ich finde es besser, wenn es mehr Punkte für Kills gibt, dieses mit Entplatzierung, das war ja mal so ein Gecamper, nur mit Auto, das bringt ja gar nichts. Wir müssen einfach genau das gleiche machen, bloß dass wir diesmal nicht so Fehler haben oder so. Wir müssen alle aufpassen, dass wenn man darf nicht alleine ober vor Zeppelin sein. Naja, ich schaff es halt nicht, wenn wir nicht gleich pushen. Ich glaube, wir haben eine echt gute Lobby bekommen. Glaub ich nicht. Also doch, weil keiner einen Win hat irgendwie hier. Achso. Guck mal, es haben ein paar Leute nur einen Win. Könnte sein, dass wir jetzt echt hier... Okay, wir sind wieder, kommt keiner mit? Bro, der Spot ist eigentlich echt OP, muss ich sagen. Ja, keiner will halt echt mehr landen. Wir müssen dann weilen, dann wieder das und halt so, dass es wieder genug Erinner ist. Also... Wie hattet ihr ja gehabt? Ich hatt nur 220 Schuss auch, ne? 300. Auch 100. Keine Ahnung. Man kann ja für ein Loot gehen, aber... Soll ich halt nur eigentlich für Loot zu gehen, wenn man ein ganzes Team gekillt. Ich hab ein Shield gekriegt, ne? Also das... So einen einzelnen Loot killt, der hat eh nicht genug immer dabei. Wir werden ja ein ganzes Team noch gekillt. Wir haben zwei Leute gekillt. Später den Letzten noch der... Der hat der Mignob aufgecamt hat, Digga. Das war cringe. Ja, das war auch Mignob allein, Digga. Äh... Hier ist noch Impulse, wer mitnehmen will. Ich bin cool. Ich kann das nicht. Ich hab auch... Ich fass... Fass, dann willst du es poppen einmal? Ja, das hat er. Wir haben mehrere Fässer. Wir haben zwei. Ja, dann schmeiß einmal. Ich bin ready, hab alles. Ich hab noch nicht alles. Da hab ich gesagt, dass die Dings gewonnen haben. Und dann... Ich hab fast. Lass am Lift gleich einfach äh... Fass gehen. Ja. Ich brauch noch ein bisschen Moon. Ich hab halt 90 Schuss. Keine Ahnung. Brauch ich vielleicht noch einen P auf. 315 direkt. Ich muss halt erste Runde so mit 20-Gas gewinnen. Das wäre dann sehr gut. 20 geht schon. Wir zeigen noch ein bisschen mehr Schuss. Mal kurz. Ich brauch nur noch eine MP und mich ready. Hier ist eine Gauern. Ja, okay. Nimm dich mit. Dann guck mal, wie man da los. Wenn ihr auch ready seid. Ja, komm. Sind du ready oder? Ja, ich bin dort jetzt. Oh, blaue Dings will ich mitnehmen. Ja, ich hab auch... Ich muss die MP. Äh, da vorne. Ah, ich seh die, seh die, seh die. Ich seh die, seh die. Ich schmeiß da Sprenkler, ja? Mach. Weil ich hab den eh in der Tasche sonst nicht mehr. Ja, okay. Loot ist jetzt nicht das Krasse. Hast du das drin? Munition ist okay. Ja, kann ich mitnehmen. Was war das? Man hat einen Schildkirker gemacht, ey. Ich hab noch einen für da. Warum hast du dir Impulse geworfen mit ihm, Digga? Alles klar, bitte. Ich wollte Mini nehmen. Weil ich wollte Schild gleich viel haben wie er. Ich hatte einfach Impulse dabei noch. Oh man, Digga. Na ja, komm, jetzt. Egal. Was? Was? Also könnten welche oben sein, Digga. Digga, by the way, wenn ihr keine Muni habt, ich schwöre, geht irgendwie nach unten. Weil die ganzen Bots gestorben sind, ist da so viel ammo, Digga. Die ganze oben ist keiner drauf. Naja, cutten noch nicht. Wir sind aber auch noch nicht in Sohn, Digga. Ich wurde auch nicht gelootet, ne? Ich kriege keinen. Hier welche abfangen, die von hinten kommen. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir nächste Sohn direkt, oder was? Wir leben halt auch wieder keine mehr, Digga. Wir sind halt Kacke, Digga. Wir leben halt keine mehr wegen Dings. Weil es wird Kills zu viel geben. Ja, wir könnten Tilt mit der Kanone gehen, oder nicht? Und dann die fighten. Ja, los. Okay, fliegen halt nur nicht. Ah, und da fighten. Ey, ich würde sagen, die Dings, oder? Ja, Kanone ist schneller. Ach, scheiße. Der geht einfach hier um, zu sippern, hier gibt's doch einer. Oh, die hatten halt alle Tilt los und fighten dann halt. Ja, aber das ist zu lucky, Bro, wenn alle Tilt dann. Ich werde jetzt schnell oben rauf und dann von da. Ich schieße mich mit der Kanone hoch. Chill noch ein bisschen, chill noch ein bisschen, chill noch ein bisschen. Ganz kurz. Ich hab echt gut einen Moon jetzt, ne? Das ist alles Game, ich würde sie dann. Jetzt? Okay, dann fliehe ich mit Kanone. Okay, ich geh halt die Bots, keine Ahnung, was wir machen, Digga. Ich hab Hi. Wir haben... In Downs. Irgendwo da. Einer ist unten, die rennen. Unter mir, da zwei Leute. Weiß nicht, wo auch was markieren? Ja, die ganz unten, direkt unter uns. Die kommen hoch, glaub ich. Komm, der bleibt einfach oben zusammen. Ja, komm, lass hoch, lass hoch, lass hoch. So, schnell. Ich bin auf ganz High, ne? Ey, die sind... Die waren hier hoch, die waren da. Die waren auf jeden Fall hoch. Ja, kommt hier, kommt hier. Komm einfach ganz High. Der hat 40er. Ja, okay. Der hat 40er. Der hat 27er. Der ist cracked. S1, 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 S1. Der May kommt, der May kommt. Hat hit, hit. Low. Down, 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 down. Ich bin bei dem May noch. Ich bin bei dem. Finish ihn. Ja, die anderen sind D-Loges. Die sind alle low. Die sind beide low. Die sind beide cracked. Ja, lass uns. Wo sind die? Wo sind die? Da, da, da. Auf Main drauf. Wo auf Main? Da ist ein Schild... Die Main drin, denk ich. Ja, ich seh die. Ich komm, ich komm. Kommt. Alle hin, alle hin. Wir rennen unter. Unten, ganz unten bei Main. Ich bin da. Bei mir, bei mir irgendwo. Bei mir irgendwo. Dein, der geht hoch. Dein, der geht hoch. Da sind der. Der ist auch ran. Geht hinterher. Ich gehe anders, anders sind rein. Ich hoffe, der ist sicher. Wir sind auch hoch von anderen Seiten. Der ist hier. Über uns. Okay. Er ist mit Kanonen gegangen, glaube ich. Der ist mit Kanonen weg. 20. 20. Hat so easy killen, glaube ich. 20. 40. Er ist weg, er ist weg. Ich seh ihn nicht mehr mehr. Falle mal hoch. Falle mal hoch. Ich hole da. Ein kill. Auf die Biggie. Ja. Schildkack. Komm hoch. Wie lange wir gewinnen mit so unseren Skills ist es gut. Wir sollen jetzt nur warten, bis wir irgendwas kamen, Digga. Wir können nicht oder so. Eigentlich sterben wir aber auch nicht. Die sind alle relativ. Echt gut. Unter uns war da noch einer, oder nicht? Ja, ist auch. Ist einfach weggerannt. Da hinten kommt ein Auto. Wo? Ja. Ja. Weiß nicht wo. Wo ich markiert hab? Ja. Ich seh's nicht mehr. Ne, ich seh's nicht mehr. Die waren da. Die waren da. Ich komm jetzt mit der Zone aber rein, ne? Hier, schätze ich mal. Hier welche? Jo, von da. Da werden eh, glaub ich, noch welche kommen wo. Dürfen nicht zu weit auseinander sein, so. Auto unter uns? Ja. Ja, Auto hier? Äh, beim Nebengebäude? Ja, unter uns direkt. Bro, das ist nur einer, ne? Nein, glaub ich nicht. Sicher? Das war auch noch einer? Weiß nicht, aber wenn wir jetzt runtergehen sollen... Ja, ist nie. Lass nicht runtergehen, das Turm. Das Turm für einen scheiß drauf. Er kommt hoch, alles krass. Da unten, da unten, da unten. Da unten, da unten, da unten. Da unten, da unten, da unten, da unten, da unten. Schießt die Ganone kaputt? Mach kaputt. 20, 620. Den können wir rushen, wenn ihr wollt. Den können wir rushen, wenn ihr wollt. Das ist noch einer, Bro. Das ist noch einer. Okay, dann geht auf den. Schießt ihn, lass mal ab. Der ist auf dem Dach? Nein, nein, lass dich pushen, lass dich pushen. Oder? Wenn ihr einen knockt habt, dann könnt ihr gehen. Crack, oben, one shot, oben, one shot. Ja. Es fliegen welche hoch, es fliegen welche hoch. Oder, ich hab welche fliegen gesehen. Gehört. Er ist misst da oben, lost, one shot. Der, 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 okay, lass uns pushen. Der hat einer federt. Ich hab dir gesagt, ich hab dir gesagt. Ah. Einer kommt hoch. Ich sehn. Wolltest du die Kanone? Crack. Ich hol ihn. Schill Crack. Ich hol ihn. Einer, zwei Kanonen, einer, zwei Kanonen. Hab ihn. Hab ihn. Da ist er, oder? Jetzt sind welche oben drauf. Jetzt fighten welche oben. Lass einen low machen, Bruder. Die fighten oben. Der ist low. Der ist low. Der unten low. One shot, one shot. Nice. Lass hoch. Jetzt sind 25, 25. Ich geh hoch. Er ist low. Lass hoch. One shot, one shot, one shot. Wenn ihr mich low macht, würde ich nicht runter. Ich komm mit hoch, ruf, ruf. Komm alle mit hoch. Die gehen runter, die gehen runter. Ich geh auf high post. Die sind main, die sind main gerade. Die fighten low on the main, die fight on the main. Lass main rein. Unten main. Ich geh. Hier, ich geh auch rein. Da rein. Ich hab high ground. Bro, er ist hier, er ist hier. Auf mir main. Hab ihn, hab ihn. Rest down. Der hat ganz viel Hilfe gehabt. Ich fühl mich. Pass auf, Pans. Oh doch, die kommt da, Pans. Wo ist er? Über uns, über uns. Über uns, chill, chill. Einer rennt außen. Minus 200 dead. Nice. Über uns, wo noch? Der eine ist ganz eingestiegen. Minus 70, der im Panzer. Vorne drin. Ich kann den maybe killen. Das hat er mir gegeben. Du hast 25 nochmal. Er ist one. Ab ihn. Let's go, Degar. Degar, das ist doch so eine broken Scheiße, dass es überhaupt so geht, Degar. Ich hasse es mit den Panzern. Wir können eigentlich die Panzer Repair noch damit fahren, Degar, wenn ihr wollt. Ich kann nicht mal mit dem. Na doch. Das ist dumm. Einer ist direkt tot dann. Der oben sitzt, glaube ich. Wenn die von hier rein sind. Wir müssen fliegen jetzt. Oder mit Auto. Was machen wir mit dem Auto? Komm, wir gehen mit den Autos. Wir sind 1000 Autos. Okay, acht Kills haben wir noch geholt. Ja. Wir können nur noch. Wir können immer noch 30 machen. Ich hab Impulse ist eh da bei 2. Ich kann mich immer safen jetzt. Fahr mal links weiter lang, würde ich sagen, oder? Links auf dem Berg da. Hier? Ich weiß schon, wir fahren. Ja, da will ich auch unten. Aber. Wir können auch eigentlich. Obwohl, ja. Nein, wir können da hinten fahren. Bisschen Lama unten. Aber scheiße. Ja, Lama bringt eh schon früh mit. Hier. Da sind welche drauf. Da sind welche drauf. Ja. Ich will bei Laser drücken. Ja, will ich auch machen. Aber dann. Wenn wir hier aussteigen. Bro, wir können auch links. Da hoch. Moment, Moment. Wir gehen kurz. Nee, jetzt ist die Zone, Leute. Verdammt. Wir müssen aber trotzdem bisschen um. Wir müssen aber laufen, wenn wir wieder hingehen. Wir müssen Zone irgendwie kommen jetzt, Jungs. Wir sind hier richtig schlecht posi hier. Wir können da oben hoch posi. Ja, wir können einfach von hinten hoch einfach. Ja, wir können einfach von hinten hoch einfach. Ja, lass hoch. Ja, das ist ein bisschen fucked. 120? Ne, 90, 90. Oder 120. So, wir hier hoch fahren und einfach hoch impulsen. Oh, ich will crack. Schnell kurz hier unten. Schnell kurz hier. Schnell kurz hier. Komm mal hier auch rüber. Ich würde sagen, wir impulsen einfach gleich hoch, oder? Habt ihr alle? Ne, ich habe keinen Impuls. Dann drop einen. Ich kann hier außen hoch rennen, Digga. Kannst du? Ja, guck doch nicht, guck doch nicht. Pass auf. Ja, minus 50 wieder. Ja, dann bin ich außen hoch. Nochmal, Lettshot. Crack. Gut. Ich komme durch. Lauf jetzt hier hoch. Komm mit, Johnny. Erst auf noch. Ach da. Okay, nice. Das sind drei, ihr müsst kommen. Ja, wir kommen. Bin da, bin da. Crack. Hab ich gefickt. Ah, 13. Tickets. Low, low. Low, low. Low, low. Low, low. Nice, Digga. Ich bin einfach hochgeflogen. Nur Headshots gegeben. In der Luft, Digga. Und dann. Hat jemand noch einen Impuls? Ich hab nur einen. Die sind ausgestiegen da. Ich mach das Auto kaputt. Ja, ich komm. Mach das Auto kaputt. It's cracked, it's cracked. Double reboot. Und main, und main. Er ist noch. Nice. Lass gut main. Lass da rauf. Lass auf main rauf. Ja, komm. Lass auf main rauf. Da haben wir beste Pro sind. Ja, lass auf. Hau, hoch, hoch, hoch. Da ist sogar jemand drin. Die sind zwei drinnen. Alles gut, alles gut. Wir haben main. Ja, okay. Chill, kurz. Brauchst du 50er Minknup? Ich hab einen. Ja. Ja, voll langsam sinkt du. Wer willst denn los? Unter mir. Cracked. Ich guck auf, was auskommt. Ja, du musst ein bisschen chillen. Naja, chill, chill, chill. Nicht runterfallen. Die wissen ja nicht, wie ich unten bin. Ja, aber Heavy-Snapper wollen uns damit runterslipen. Ich seh die beiden. Es ist nur ein Duo unten. Ihr müsst chillen, kurz. Habe einen unten. Ihr kommt runter, komm. Es ist noch einer. Cracked. Watch out. Da ist noch einer irgendwo. Da ist noch einer irgendwo. Noch einer irgendwo. Da ist wieder drei Impulse. Das sind gute Impulse. Das ist wieder rauf, das ist wieder rauf. Ja, ich komm. Er kommt hier bei mir. Ich bin tot. Ich f***. Goldkart hoch, Digga. Da steht die Mech. Mit dem Haus. Muss her. Ne? Mein Impuls ist mit deinem. Muss weg, du wirst gleich gelasert. Brauchst du Heal? Brauchst du das Auto schlicht zum Weg? Ja, Digga. Wir laufen uns immer so komisch alleine rum. Teilweise. Wir müssen aber wieder aufbauen. Volkart hochklettern. Da war einer hinterm Haus. Hier, 50er. Guck mal. Double Reboot. Geht oder? Wir können easy rebooten gleich. Ich weiß nicht. Doch, doch. Wenn oben auf links, rechts niemand ist. Wir können einfach da rein, da. Da oben ist einer aufm. Hast du deine Karte schon? Einer kann auch Deckung geben. Einer rebootet einfach. Einer gibt vom Dach Deckung. Jetzt direkt. Ja, könnten wir machen. Ich würde sagen, dass ich die wegbiege. Ja. Warte, ich reboote und du gibst Deckung. Oh, Digga. Die wollen mich direkt blieben. Ja, ja, ja. Die sind cracked, Digga. Warte kurz. Warte kurz. Ausgeschleppt die Karte jetzt. Ich muss hier kurz einmal hier... Ey, dieser Typ mit den Raketen nervt, Alter. Okay, Bro. Ich geh gleich hin und leb ihn wieder, okay? Machst du mit Deckung? Chill noch kurz, chill noch kurz. Alter, ich denke. Du kannst es gehen, du kannst es nicht. Ich hab gekrackt. Nein, der kann echt gehen. Pass auf, dass im Haus niemand ist. Du musst aufpassen. Ich versuche so gut wie möglich zu decken. Versuche die Raketen. Ich versuche die Raketen. Ja, die Raketen. Aber zieh einfach durch, zieh einfach durch, zieh einfach durch. Nee, trifft nicht, trifft nicht, trifft nicht. Hätte er dir auch vorstellt. Hast du gekrackt? Ich bin auch gekrackt. Ich muss auf zwei Seiten verteidigen. Rekar von zwei Seiten. Warnshot. Pass nur auf links auf, pass auf links auf. Wir müssen zu dir impulsen. Du willst wieder hin. Nice. Das ist gut, das ist für Schilling. Oh, wenn du das verlierst. Er hat eh Dings, er hat eh Dings. Er hat eh Dings, er hat eh Dings. Er hat zu mir Impulsen. Nein, du hast eh Dings. Du hast Warnprotection. Ich spiele das mal safe bis hin. Hab wieder alles. Oh, mein Gott. Nice. Die wollen uns pushen, glaube ich, vorne. Die rechten, Digga. Wir müssen mich aufpassen. Ich hab wieder alles. Ja, okay. Ich hab wieder alles. Ja, die sind da vorne beim Haus. Die wollen pushen. Ja, warte, warte, warte. Greg, Warnshot. Dead, dead, einer. Nice. Hat den gefinished? Wir müssen gleich nach links. Ich hab ihn nach gefinished. Hat immer eh... Hier ist auch Auto, hier ist Auto. Guck. Ja, wir können damit los. Ich hab ihn nach links. Ich hab ihn nach links. Ich hab ihn nach links rumfahren. Hier ist ja niemand. Ja, komm links. Sie sind da oben. Pass auf. Du musst mich aufpassen. Ich geh jetzt mal hier zum Stein vor. Alles okay. Warte da hinter dem Stein. 30. 90. 120. Nice, nice, nice. Aber er hat noch 30 Schild jetzt. Links, links ist auch noch einer. Links, links, links. Ganzes Team links. Auch 120. Ihr müsst doch schießen. Schieß den Baum kaputt. Oh, nee. Ja, nice. Doch, das war gut. Halt auf ihn. Das ist auch ein anderes Team. Von Berg, ein anderes Team. Schild weg. Einfach noch. Einfach noch. Ich muss Deckung. Ich muss Deckung. Hat dem was Flash jetzt gleich? Nein, nein. Ich hab keine Werte. Ich hab... Stell einfach hier. Ich hab... Ich hab links. Ich hab... Ne, brauche ich das immer. Wir sind gut hier. Da rechts. Da rechts. Hier rechts. Wir haben gute Deckung. Rechts, pass auf. Die kommen. Äh, die sind hinter einem Einkaufswagen da. Ja, was ist der Input? 30. Nein. Wir sind nicht richtig in den Zone. Warte, wir... Das ist jetzt hoch, oder? Komm, wir kommen einfach hoch. Der muss auf dem Schild weg. Der ist vorhin. 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 Die fighten nicht vor uns irgendwo. Der ist vorhin. 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 Nicht gut. Ich bin blank von links. 40. Warte wir kommen wir kommen. Back dann, 1-shot. Die sind richtig schlecht. Ja der kann nicht slappen. 30. Ist down down down. Der andere hat auch Sound repuls. Der ist dort. Nice, der ist weg. Nice. Nice Jungs! Nice! Geil, Alter. Geil. Ich hab's mal spannend gemacht, ey. Eigentlich hätte ich die Runde freeze ansonsten. Ey, der Solo war im Haus, im Eck, hinter dem Haus. Und ich war grad vom gleichen Moment noch von hinten gelesen. Baba, Jungs! Baba! So nice round, ey. Ja, bin eingeholt, guck, bisschen. Mach ready. Bin ich nicht. Ich hab ready. Ich muss schon. Dann hab ich mit eingeholt. Wir brauchen jetzt noch eine gute Runde. Ja. Ich auch eigentlich. Am besten nochmal so eine, Digga, bin ich ehrlich. Safe. Aber wir monen, oder? Nee. Es wäre gut, wenn wir direkt so früh eine Runde haben, Digga. Ich hoffe jetzt, Digga. Aber wir monen, oder? Ja. Okay, dann geh ich nicht. Nein, das war gut. Geil, Jungs. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Das wäre echt ein nice round. So noch eine round, Alter. Das wäre geil. Das war echt eine sicke round, Leute. Wir haben ja auch gut gespielt. Gut gespielt, gut rotiert, gut Kills gemacht. Baba. Das war Baba. Jetzt flieh, Digga. Wenn man einfach nicht stumm schützt. Das war Baba. Abgebt bis 23 Uhr, ja. Jetzt nochmal so eine Runde wäre echt spick. Ja. Das ist irgendwie spick. Lofti ist drin in der Runde. Haha. Geil, Alter. Ja. Warten die auch dort nicht, oder? Nein, ich glaube nicht. Ohne Wegbaum. Ich bin gerade aktuell Top 5. Ja. Jetzt gehen wir die nächsten 3, 4 Runden. 3 Runden noch. Und guck, dann haben wir den Cup gewonnen. Wo eine kommt safe mit, oder? Der Gotthrommel. Was ich kenne. Ja, im Early Game würde ich wieder besser. Aber wenn die Gotthrommel haben. Die haben echt Gotthrommel. Die haben wirklich Gotthrommel. Ne, die haben am besten Droppt. Ja, die haben am besten Droppt. Aber die landen, glaube ich, eher hinten. Die können nicht vorne landen. Doch, doch. Die landen vorne. Die landen vorne. Ich werde in den Main drin landen. Ja, du landst da. Ich land direkt drin. Ja, das Problem ist, er hat Gotthrommel hier, glaube ich. Hier oben. Ja, ich habe das Spawn, aber das habe ich so gespwnet. Irgendwas links gespwnet, aber das TNT oder so. Boah, ich gehe links. Schöne die MP mit. Zwei sind rechts gelandet. Pass auf, zwei rechts ist bei dir. Ich komme rein mit dem Auge. Warte, warte, warte. Ich muss schon nicht. Ja, der ist nicht gekommen. Ich habe einen, habe einen. Andere hier, Andere hier, Andere hier. Ich habe einen, aber ich habe einen. Also ich habe einen und da ist noch einer. Die sind kacke, die sind kacke, die sind kacke. Die haben jetzt Pumps. Die haben jetzt Pumps. Die haben Chillkick gewonnen. Die heilen, die heilen. Nein, ich bin da. Der hat einen, der hat einen. Der hat einen, der hat einen. Nein, nein, nein. Oh, er ist low. Auf den gehört, der ist über den. Der ist halt hier im Dings. Der wollte mich finishen. Putz. Oh mein Gott, du bist der beste, Digga. Da ist der. Madara, Digga. Hat du auch einen Bot gehabt, Digga. Du bist der beste. Du bist der best. Das war Tridan. Haha, das haben sie davon. Die Nudes, alter. Wer war das? Das war Tridan und so Madara und so Die sind aber auch gut, aber nicht gut so wie Mictub, Junge Und wie Leon, Junge Boah, der hat 40 Leute noch am Leben, aber das ist egal Ich hätte halt beide gekehren als der SMG gehabt Ich habe gerade einfach nur eine Pump und auch eine Semi-Automatic Shotgun gegeben Und das Double rebooten direkt fast nehmen, oder? Ja, ja, komm Dann können wir einfach kurz looten mit Full Shield, das geht dann schnell Ich höre Rocket Launch hätte ich auch benutzen können Aber ich kann damit nicht zielen, das geht bei mir nicht Schmeiß direkt hier den, äh, Dingswin Den, äh, Schild-Sprengler Wie schnell? Aber einfach auf Deutsch Schild-Sprengler Wie heißt er sonst? Schild-Sprengler Ja, Schild-Sprengler Das ist doch kein Kek, das Ding hier Das heißt, das ist ein Kek, Digga So, wenn wir es auf Deutsch machen Ja, willst du auch Schild-Sprengler sagen? Ja, klar Da ist noch einer Es liegen noch 42 Leute, Digga Alles egal Wir haben gerade 20 Kills gehabt, Digga Und das war voll viele Punkte Ja, ich sag dir echt, wir machen das noch im Endgame Glaubt mir Wir können ja gleich noch paar Das Gute ist, wir haben gleich so Wenn wir jetzt noch mal die Runde bis zum Endgame gewinnen Haben wir gleich noch mal ein paar Runden, wo wir einfach reingehen können Weißt du? Ja, geht so Wenn wir noch drei Runden Wir können dann, wenn wir Glück haben Noch zwei, äh, noch drei spielen, Digga Wenn wir Q-Luck haben, muss ich sagen, aber Nach der noch drei, ne, oder? Nach der Ja, Tridan soll sich lieber überlegen, wo er landet Der hat sogar noch gesagt, wo er will uns jetzt killen Hast du wieder eine Bette mit Tridan, oder? Ich glaub, ja, ja, doch, 100 Euro haben wir wieder gesagt Aber letztens nicht bei du, oder? Äh, doch Fuck, Digga Oooo, Meckner, Digga Ja, aber ist egal, ich hab ja 100 Euro schon gewonnen bei ihm Da würde ich mir jetzt Gedanken machen Egal, ich winne es Oh Gott Äh, hier sind noch wenige Die lernten extra auf uns, Digga Denken, können wir uns hier Zeit wegnehmen Höre, Digga Ja, die sind extra auf uns hier Die haben aber angesagt wohl, Ansage Ey, guck mal, die Lobby ist gar nicht mehr stacked Das sind also nur einzelne Teams gefühlt Ja, deswegen, ja Digga, hier sind so viele Bigs Brauch ich mal drei Bigs? Nee, Bro Ich kann Big mitnehmen, ja, ja Ich kann Big mitnehmen Also, ich kann sie werfen, wenn du willst Kannst du nur einen mitnehmen, oder wie? Äh, nee, ich kann zwei mitnehmen Ich hab einen Sprengler und zwei Splashes gerückt Ich hab zwei Sprengler Hier ist noch ein Sprengler, wenn du mitnehmen willst Ja Sprengler sind krass, Digga Aber hier Wenn wir die einfach placen, irgendwann Ja Jetzt können wir jetzt gehen eigentlich schon Bin ready Ja Hast du noch ein Bigging? Na, scheiß drauf Einfach ein Bigging Wir gehen wieder jetzt direkt Rocky, glaub ich schon, oder? Ich hab nur 120 Eier, Moon, aber Wow, ne, aber das reicht aus, Digga Glaub mir Wenn wir Kill early bekommen Aber, denk dran Wenn wir auf dem Ding oben drauf sind Einfach genauso spielen, wie davor Dass wir alle zusammenbleiben, Digga Wir dürfen kein Risiko eingehen, dass wir Von einem Team gepusht werden, oder so Hätt dir gesehen, wenn da Leute raufkommen Ist ja free für uns, aber Ja Ja, ist gleich zonerierend Und dann gleich zonerieren Das ist das Ding, ne Und dort sind wir, wir können ja nicht killen Lass die killen, lass die killen Ja Los Digga, was macht die? Bro, ich hab gute Dings, ich hab gute Posi auf die In der Spots, oder? Nee Nein Ich bin auch da, ich bin auch da Ich bin auch da Der hinteren Einer ist cracked, hoch Einer unten cracked Die dort unten abcampen 1 AP Der hat auch 1 AP Der hat auch 1 AP Ich geh runter Ey, die werden nicht heilen, Bro Ich geh runter, scheiße Der Lowe ist bei mir Ich hol den Ich komm mit Er geht hoch Ich bin dead, er hat einfach Oh, er ist cracked, er ist cracked, Bro Ich geh oben Alla, 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 alla Markiere ich den anderen um ihn Ah, Digga, ich hab einen Botatmisch gehabt, Digga Der Bot Ich glaub da, die sind alle Beide, weiter da, weiter da Warte, ich hab einen Ah, Digga Ich hab 1 AP gemacht, dann muss er wieder leben Egal, du musst ihn weg Du musst ihn weg Einer ist voll damit gestorben Ich find ich ihn 1v1, Digga Wo ist der? Ist der oben? Der letzte ist oben Ja, der hier oben Und da sind nicht zwei oben Da, 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 da Da, da, da Ist der Bot, ja Wer da? Kill ihn, erst der letzte, erst der Nein! Oh my god Da bist der Digga Der Bot, der Bot Der Bot Nein! Dieser Hund besorgt Ich wusste, der Bot killt ihn jetzt gerade Bro, ich hab da auch rein gejockt Äh, das gibt's doch nicht Oh Digga Ja Digga, die Slam hat wieder zu krass gefühlt Die waren alle Zwei waren da oben Ich kann nichts machen, wenn ich mich poschen Digga Deswegen Wir spielen wieder so anders Wir spielen wieder so, als würden wir Alleine spielen Digga Das war genau was ich grad Ich sag's davor, wir machen genau den gleiche Fehler Ich hab auch so rein Verähmt jetzt grad Digga Ich hab jetzt Ich hab jetzt Wir dürfen halt müssen Ich hab so gezittert Ach Digga, das wird lange im Jahr Ist egal, aber gut 6 Kills trotzdem gemacht So weißt du Ja, das ist aber keine gute Runde Digga Eigentlich ist Du brauchst jede Runde, glaub mir Um zu gewinnen, du brauchst jede Runde mindestens 20 Kills Oder 15 Damit es close wird, um zu gewinnen Aber um zu gewinnen brauchst du jede Runde, denkst Ich würd sagen, jede Runde 20 Kills Ich hab schon 5 Matches Leute, haben die schon Aber es wird eh darauf ausgegangen, dass wir keinen Deswegen Ne, wir können eh nicht alle spielen, das passt schon Alles gut, wenn wir jetzt nicht rein chocken bei ihm Ja, aber wir wasten ja so viel Zeit, deswegen Wir haben grad, keine Ahnung, wie 10 Minuten gewastet Ja, wir können jetzt noch 2 Matches spielen 2 Matches 3 Also eigentlich haben wir Glück haben 3 Matches sogar Wir können 3 Ja, mit Glück können wir 3 spielen Aber dann dürfen wir auch keine Runde jetzt nicht chocken Wenn wir jetzt noch mal so ne Runde haben, wie grad Evis Aber also es Wird schon so schwer für Top 1 Digga Jetzt ist ja vor Ort stand Der Wir haben aber schnell ne Runde gefunden, das wird. Aber ich sag dir, wir haben gerade echt schön 6 schnelle Kills gemacht. Ja, das haben wir nicht bekommen, glaube ich, oder? Wir haben nur 5 gemacht. Oha, Tridan, schade, Tridan ist sauer, timeoutet Leute hier, ich glaube er ist wieder drinnen hier. Wir werden wieder Sign-Up Station wahrscheinlich gehen. Ey, wie ich gerade veraimt habe Leute, das war so cringe, der war eigentlich so down gewesen. Alles gut Digga. Und ja, was ich nicht, was ich nicht soview, das war einfach so theoretisch. Ich habe einen Schwerer versiegelt. Oh, das ist mir. Ich habe einen Schwerer, einen Schwerer, einen Schwerer. Ich will das hier, das drinnen anschauen. Ich habe mich bei dem Schwerer frei genommen. Beste Drops hier btw, liegt auf dem Marker, wenn ihr was schluss machen wollt. Ja ich komm wieder rein Team. Standard am besten. Ihr habt vier besseren, es sind mehrere Teams sogar. Echt? Lass mal hier weiter links, oder? Ihr besten Job immer noch. Nein, er hat die Waffe, er hat die Waffe. Ich brauche einen P. Alles um mich? Alles um mich? 30, 30. Die sind hier vor, die pushen ja, oder? Ja ich komme. Ja ich komme. Nein! Aber einer von hinten. Jawohl. Bei mir kam der dritte. Die sind alle da, die sind alle da. Links oben, links Treppe einer, links Treppe einer. Hinter dir auch einer, hinter dir. Ah scheiße. Ich hab den einfach von hinten geholt, der hat mich gepusht. Ich hab den direkt minus 200 Kille holt. Digga, das macht ja keinen Sinn. Ja wir hätten nicht pushen sollen, ich hatte nur diese One Pump scheiß Ranger Waffe, Alter. Achso, ja okay, das hattest du. Hä, hast du keine, du hast doch gedacht, du hast eine SMG? Ne, ne, ich hatte keine SMG. Hä, echt nicht? Ich schwör bei Gott, ich hab gedacht, du hast eine SMG. Nein, 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 ich nicht. Oh Digga. Ich hab den direkt geholt von hinten, minus 150, Mann. Ja Digga, jetzt wird's schwer mit Punkten noch holen. Also, wir können schon noch, aber ich bin halt kacke Digga. Warte. Oh man. Wir können jetzt nur auf dieses zweite Rundschirm. Wir haben trotzdem noch mehr Punkte dazu, glaub ich, oder? Ich wechsle auf Dings, auf Pumpkan, Leute. Ja, wir haben auch mehr Punkte wie die. Ich wechsle auf Sniper, Leute. Ich wechsle auch nicht, Alter. Ich hatte diese Ranger-Scheiß-Waffe gehabt und die One-Pump. Was willst du damit machen, Leute? Egal. Dieser Cup ist eigentlich so viel zu gewinnen, muss ich sagen. Wirklich, das ist so eifer eigentlich. Wir haben so schlecht gespielt, Digga. Wir hatten... Wir hatten... Warte. Wir hatten zweite Runde, vierte Runde und unsere letzte Runde gerade eben. Hätten wir alle nicht verlieren sollen. Dann wäre es so viel gewesen. Wir wären nicht zu dumm gestorben. Wir hätten einfach das gemacht, was wir gesagt haben. Dass wir auf Blimp oben bleiben, Digga. Und nicht irgendwie Solo irgendwo hingehen. Und versuchen auf Peaks zu gehen. Auf Blimp oben kann sich ja keiner killen, Digga. Weil die müssen erstmal hochfliegen, Digga. Deswegen ist eigentlich dumm, was wir immer gemacht haben. Ich bin eigentlich schlecht, so. Also nicht gut, wie wir unsere Taktik-Dingsen. Ja, ist egal. Wie man jetzt so eine fette Hikero und dann abfahrt. Ich bin jetzt hier. So. So. Pro Epischer Sieg bringt 4 Punkte. Stark, stark, danke. Aha, Dimmi Pro, ein Audi TT RS ist für mich kein Sportwagen, muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Da würde er mir erzählen, dass Audi TT RS Sportwagen ist, da muss ich aber los. Ja, obwohl man könnte ihn, ja okay, denn wenn Lambo ein Supersport fahren ist, dann könnte man vielleicht die Kategorie Sportwagen ein Dingsen. Direkt raus, oder? Ja, gleich. Ich glaube, jetzt haben wir nochmal eine gute Lobby bekommen. Die sind so schlecht, keine Ahnung, wie die Dings Pulte machen. Kennst du die, oder? Nein, keine Ahnung, Digga, die waren bei uns in der ersten Runde drin, die waren so schlecht, Digga. Und die sind, glaube ich, sogar Erster, also wirklich, die sind so kackig. Die sind Erster? Ja, wir hätten gewonnen. Ja, also, keine Ahnung, also, allein so wie die gespielt haben, man hat gesehen, dass die, das sind, keine Ahnung, die spielende Public, glaube ich. Jungs, wir sind gerade vor Kato, also von daher alles gut. Wir brauchen aber jetzt nochmal zwei gute Runden, weil die werden so ja alle aufhören, weil die mehr Runden haben. Ja, ja, aber die können auch eh nicht mehr so lange spielen. Wenn wir jetzt noch zwei Runden durchspielen und gewinnen, mit wirklichen 20 Kills, dann wäre BK. Wir könnten noch eine Runde spielen, weil die Runden gehen ja keine 15 Minuten, das ist das Problem. Die Runden gehen nur so 15 Minuten oder so. Ich fühl. Okay, jetzt einfach, spielt einfach so wieder auf dem Zaplin, Digga. Geht auch keine Kills oder so, falls sie irgendwie unter uns sind oder so. Macht gar keinen Sinn, wir müssen die Runden jetzt beide mit 20 Kills gewinnen oder so. Dann sind wir jetzt fast zum Top dann, glaube ich. Danke für den nicen Beat, der hier liegt. Boah, Irrenmann. Der droppt mir drei Schildtränke, der The Rock. Ist einfach mit The Rock Bruder geworden jetzt. Wenn wir jetzt ausrechnen müssen, bei 20 Kills im Moment mit Win, dann wären wir bei... Ja, wir bleiben eigentlich auf 10 an. Wir haben wir saved auf 10, 100%ig. Dann sind wir auf 280 Killser. Wir brauchen 300, um zu gewinnen. Die Runden gehören ohne한beziehungen. Und dann müssen wir nicht hoffe, dass wir einen cupen Orange geben am nächsten Tag verm 싶은 zu haben. Das ist halt nettodend. Es kommt dann geht um mit dem Prinzip zu gehen, und die согISSieren. Wir versuchen ihn der Soldaten zu werden. Wir werden templates tasks Não без Cloud- und kochieren. Das ist solchen Minstern. ich hab alles kommt ja weil ich immer die kiste mit und dann komm ich hab dir den sprenger ich hab ein wenig hier das verkehrt der experience post haben wir nicht so dass ich ein guter gottlos viele aus der marke man ja ich habe jetzt okay Ich hab sogar hier noch Kuhfänger mit, weil ich so nicht heal hab Das ist richtig gut, das brauchen wir eigentlich auch, Digga Wenn wir uns oben auf dem Zettbelein platzieren, Digga, das ist OP Lass den das hintere Luft nutzen hier und gehen wir weiter Ja Willst du reinkommen? Daneben gesprungen zuerst, Digga Ey, Zone ist mal hier Oh mein Gott, das können echte Big-Round werden, Jungs Da unten sind auch direkt welche, aber wir gehen direkt oben rauf Die sind da unten, aber wir haben das Die haben uns auch oben raufgegangen Ey, die fighten da ja grad Die fighten? Nein, die fighten nicht Sicher? Warte, warte, warte Die fighten gegen Bots Bro, ich könnte dich so lasern von hier, ne? Oh mein Gott Nein, nein, hör auf Einer ist one Einer ist down, einer ist down, einer ist down Jetzt müssen wir runter Einer ist down, bitte das runter Ja, ja Der eine Der eine ist hier der Mann Der eine ist hier der Mann Die fighten, die fighten Einer P Ich dachte, der wird direkt abgestopft, Digga, ich schwöre Ich hab's noch einer, Bro, hier hinter, hier hinter Omi, Crack Hier Lass den anderen Lass den anderen Ja, wir haben alle Ja, der eine wurde direkt one-hit abgestopft So traurig Ja, das ist vollständig abgestopft Jetzt haben wir Jetzt haben wir Ich kriege genug Muni, ich hab 500 MP Ich hab 500 MP Bro, jetzt müssen wir oben campen Jetzt müssen wir oben campen Ja, geht oben rauf Golden MP beim Bot Ich hab 480 Schuss auch, ne? Golden MP Ich hab, ich hab Full Full Moni, Digga Golden MP Golden alles, Digga Golden MP, 500 Moni Jetzt müssen wir echt nicht runter Ich hab auch 500 Äh, 500 Moni Jetzt Wir bleiben jetzt einfach nur oben, Digga Bleiben wir oben, beamen wir bei jedem, Digga Und wenn jemand hochkommt Können wir gar nichts machen Wenn das noch tot ist, die Endzone ist vorbei Wir können sogar 30 Kips Ich glaube, in dieser Runde Und dann machen wir nicht mehr was Ja, okay, das nicht Da, Bro, da, da, da Seht ihr den? Doppel-Hit Doppel-Drei-Hits Den nicht Oh mein Gott, er ist Mutter gefallen Oh Gott, er ist cracked Er ist cracked, Bro Wenn du den hast, dann finde ich ihn Nee, er ist weg, er ist weg Oh mein Gott, er ist aus der Range Aus der Ränder Range Jetzt steht das einfach ran hier oben Und wir gucken Okay Kannst du sehen, wenn man runterfliegt eigentlich? Dann stirbt man, Digga Dann kann man nicht mehr retten Doch, doch, ja Wieder aufheben Das geht ja einfach noch Ey Jungs, soll ich einmal runtergehen Die Dinger holen Die hier zum hinstellen Ja, kannst du machen Ja, okay, dann Ihr bleibt ja eh weit oben Pass auf Digga Irgendwann siehst, bleibt direkt oben Komm Uah Digga Kann man das abbauen Da Wer hat abgeschossen? Aber wo Digga? Ja, dort Er ist da oben drauf Er ist da oben drauf Ich komm hoch, ich komm hoch, ich komm hoch Ich komm hoch Wie viel hast du? Ich hab 2 3 30 40 Pass hier einer in diese Richtung Und keine Ahnung Wenn der Kannst du weit? Hab ihn Er war low, glaub ich Oh, ich hab auch schnell hin Oh ja Von hinten gelesen, hab ich ihn noch nicht abgestopfen Geballert Ey, ich könnte noch unten Ein paar Sprengler holen, ne? Ne Ah, scheiß drauf Dann ist jetzt geschlungen, Sänger Boah, wenn das Endzone wär, das wär so big Das wär realisch big Und bekommen wir so viele Kills auch? Ne, wir gucken mal Wer wangst Schau, dass du, ey, dass wir Kills gucken, ey Dann tanzt einfach Digga Nein, sobald die 1 steht, hole ich den Triple Ding Triple Headshot Mit zwei Schissen, Triple Headshot Direkt Golden MP, ich kann nicht mehr sterben mit Naka Golden MP, ich kann nicht mehr sterben mit Naka Doch, Golden MP Ich bin bei deinem sterben Ich will die Kiwi nicht zu schaum Nice Junge, wo sind die denn? Digga, wo sind eigentlich alle Junge? Wenn jemand zum Loot-Up hingeht, haben wir die, oder? Ja, da haben wir die Ja, da haben wir die Und da kam unten ein Snipe Da auf dem Berg sind drei Leute, guck mal Warte, lass einen an, wir sind Den ganz Rechten, wollen wir? Ja Warte, warte, warte Den Rechten Drei, zwei, eins Ne, warte, warte Ja, ist weg Links hat Higgs Links hat Higgs Ach, schießt, 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 schießt 39 39 Ja, die können da runter gehen Das ist das Ding Ah, die sind mega sound, Digga Die lernen aber die ganzen Scams, Digga Oh mein Gott, wir sind in der Zone Die werden jetzt alle reinkommen Von Till Towers und so Ja, das ist recht gut Das ist echt recht gut Null Oh, ich scheiße auf die Ach, ich höre noch ab, Digga Ey, Muni, bringt nichts, Stefan Wir werden unsere Sachen kaputt machen hier Scheiße auf die, Muni Ich hab mich geballt Lass lieber hier hinten fokusten Auf die Leute, die die vom Dach haben Ja, ja Das bringt doch nichts, Stefan Ich hab mir echt Nerven davon, Digga Von hier kommt der Lauf wieder keiner, Digga Bro, wo sind die denn? Aber das ist egal, sie können noch eigentlich gut kippen Und das sehen wir auch gut, Leute, also Können wir nicht nerven dann? 20er wird schon schwierig Ja, 20er, warum Wird schon schwierig jetzt Ja, aber 50 werden wir machen Ja, aber 50 werden wir machen Das killen wir jeden, Digga Hört aufs Laufen, Welch, oder? Nee, nee, das ist Spot, Bro Das ist Spot Den bin ich sicher, dass ich machen, das ist krass Ja, der Spin hat krass, aber Da fliegen wir Ja, kommt jetzt, der vertiltet Ja, vertiltet Ja, vertiltet Oh mein Gott, die können wir lasern Ja, 20er Ja, 20er Ja, dann werden wir da runter gehen Ey, was ist denn ein Lager? Oh, er wird links lang gehen, er wird hier lang gehen Der kann ja nicht lang Da können wir auch lasern Ja, aber Er kann aber da bleiben Der Mainz ist geflogen, mit Kanone gelandet Auch schon mit am Berg Ja, kann nicht so sein Er gibt mir Headshots Er hackt Geht dann einfach nach hinten, bevor du sprayst Macht gar keinen Sinn, wenn du peekst weiter Auf der Brücke, auf der Brücke, Jungs Der kommt jetzt rüber, der geht jetzt hier lang Die kommen jetzt hier alle Kommt schnell, kommt schnell Geht zurück zur unserer Posi Trust me Von da werden wir die meisten Kills holen Weil die werden alle hier hin kommen müssen Ja, rein Da oben, da oben Da oben Einer P Ding Double Ding Da haben wir Ich geh auf unsere alten Posi Wenn ein Mick nur mehr stirbst, vorbei, Digga Ja, lass hoch, lass hoch Komm her, ich werbe den Sprenger um Komm her nach oben hin, Digga Wir haben die beste Position Ich bin nicht gestorben Ja, lucky Digga Ich hab den anderen auch 180 gesehen Ja, aber geht kein Blutverdein, wenn du sterben kannst, aber halt egal Green life Jetzt ist auch noch Nebel, Bro Wie viel Pech kann man bitte haben, Alter Ich steh trotzdem, Alter Ich steh ein bisschen Habt ihr Matt geht näher, oder? Ja Also 30, 60 Ich steh nicht Ich steh nicht Warte, hab ich so recht Ach, Digga ist nur ein Duo, Mann Ne, wir hatten auch relativ viele eigentlich, klar Wir können die noch von uns nicht machen Aber wir müssen wieder langsam welche finden, Digga Die sind halt viel zu groß, Digga Die haben alle, Digga Hinter uns Runter uns Runter uns Runter uns Runter uns Runter uns Schilderbar Die kommen hoch, die kommen hoch, komm Kommt den Fallierter Kommt den Fallierter Wenn die hochkommt, die wissen jetzt, dass wir losgehen Wir lasern die weg Wir fangen jetzt in den Wir fangen jetzt in den Die werden von der Sohnkraft gefickt Die werden von der Sohnkraft gefickt Die müssen nur hochkommen jetzt Und die gefickt Ja, jetzt kommt einer Ulten, Ulten 20, 40, 60 Oh mein Gott, der ist ruhig runter Nicht, mich nicht, ich hab ihn Er ist tot Ihr habt ihn Er wurde abgesch... Hinter dir, hinter dir Hinter dir, er kommt noch Crack Da, 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 hab ihn, hab ihn Ich bin da bei dir, ich bin da Ey, der wurde abgestaubt, Digga Von ganz weit weg, 1 Meter In der Luft Da fliegt einer, Jungs Der hat hit, ist down Nein, der hat wieder einer abgestaubt LOL Alter Er hat uns abgestaubt Marker weg, ich sehe nix Aber Und wo uns 2 Kills abgestaubt, oder wie? Ja, von dem Der Bastard, Digga Das sind so viele Punkte, man Ah, eine BG's Hinter uns noch, äh, ausschießen vor uns Vor uns haben die geschossen Ich komm hoch Ach Digga, wie holt er 6 Punkte von uns? Down, 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 im Busch, im Busch, im Busch Der Bastard Der Bastard hat die alle gut Nice Der ist wichtig, ja Der ist wichtig, ja Der hinten war hier Hinter dem Warte dort hin Ah, guck, wir können einfach Wir sind da drinnen, wir sind da drinnen Wir gehen da drinnen, wir gehen da drinnen Da, 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 da Wir gehen jetzt, wir gehen da hin und dann gehen wir hier nach vorne gleich, wir chillen jetzt, okay? Wir machen hier nach vorne Äh Geht hier im Busch kurz Wir sind hier im Busch kurz hier links Oben auf dem Dach, da Da bin der Headshot Ihr müsst ja aus aimen Da auf dem Dach, Jungs Auf dem Dach von der Tankstelle, da Mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt Mach kaputt da vorne, mach kaputt, ja Der ist da links, rechts, rechts, rechts Er ist runter, er ist runter, er ist runter Setz dich Mecklen, du hast dich getrunken hier Komm hier Digga Ich hab eine OP Ich geh, ich geh, ich geh Werf mich runter, werf mich runter Ich versuch ihn aus aimen Ich bin tot Er hat mich gekillt Digga Was? Wie hittet er mich double durch den Busch? Wenn sie ihn einfach kurz ist, kann man nicht runter Hast du Biggie? Ne, ich hab Minis und Flasches Ich kann dir Biggie geben Hier, Biggie Einer, du musst dich allerdings und damit ich mich schnell holen Ich würde doch springen Komm runter Ich kann dich nicht Digga Doch, 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 ich damme dich auf Ich damme dich auf, komm runter, spring runter Ich bin tot jetzt Digga, ihr müsst hoch und mich runter werfen Wenn ich runterfalle, bin ich da vorne, ich bin tot Es ist hier Digga, es ist hier Es ist alleine, es ist alleine Es ist alleine, es ist alleine Robin, ich bin tot Aber noch einer Er hat einer, er hat einer Er hat einer Geh runter, geh runter, geh einfach runter, einfach runter Einfach runter, einfach runter Geh, ich bin schnell Ey, ich kann nicht nicht ran Komm her, komm her Wir sind jetzt einfach Zone, Zone, Zone Das hat ein Duo, Digga Das hat ein Duo, Digga Ich kann das wegen, Digga Ist egal, ist egal Wir können auch Kills machen Alles gut tun Ich werde dich hochkommen sollen Ich will kein Rest, Digga 30 AP Ich habe nur ein Mini getrunken, wenn ich Könnt ihr noch resten? Ah nein Ist auch ein Schunk, das könnte die Maybe, Digga Lass auf Kills gehen, Bro Ich komme nicht mal auf die Karte, glaube ich Der legt meine mystische Eier hinten Ich komme da eigentlich nicht ran Nee, lass auf Kills gehen, komm Ich habe nicht mal Green Life Komm, komm, komm Du hast kein Green? Ja, ist egal, lass es suchen Oh Mann Einen Impuls nur Ich gucke auch, wo Zone ist Meine liegt ja alles Ja, ich weiß Splash ist auch Warte, ich habe eine Idee Wie viel Macht das 10er Ticks, ne oder? Oh mein Gott, wir können Doch Fünfer, Fünfer, Fünfer Fünfer nur Habe ihn, habe ihn Habe ihn Ich finde ich den Deck Du musst recht sprechen Du musst recht sprechen Du kannst doch gerne Oh, kill die da Hinter dem Oh nein Hinter die Solaranlage Solaranlage, Bro Ja Oh, den finde ich Der ist aus dem Game raus Ich habe jetzt eine höchste Schau Ich habe jetzt eine höchste Schau Bro, bitte, bitte Lasern da unten Da unten Macht das kaputt, macht das kaputt Der Camter Der Camter, Camter einfach Was? Fuck Die sind alle low Habe ihn wieder Oh, nice Ihr könnt da eh hingehen Ihr könnt da eh hingehen Ihr müsst da eh hingehen Legs drunnen Legs drunnen Ab ihn Finish den Finish den einfach Finish die Leute, Dirk Alter, dass er noch noch finisht Ihr müsst da eh hingehen Ich will gucken, dass keiner hinter uns noch kommt Ich kann nix mitnehmen Ich kann nix mitnehmen Ich nix mitnehmen Da drinnen ist einer Das muss auch Ein bisschen mehr Awareness Komm hoch, komm hi, 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 hier Komm hier hi Ja, ich bin low Nein, 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 komm hi Ich komm hoch, ich komm hoch Oh mein Gott, wir haben hier rein Drei Leute auf dich Drei Leute Drei Leute Ja, das ist gut, die können da unten nix machen Ja Wo sind die denn? Warte, ich markier für dich Äh, im Ding drin Die sind genau hier drinnen Aber du musst aufpassen, da pieken drei Leute Du kannst dich dann hier Meck, du komm gleich zu dir Meck, du geh lieber zu dem jetzt Ja, ich hab jetzt die Kommst du hier, Bro Wir haben hier Warte auf Prozy Und hier ist noch hier, äh, Medfair Ja, ich brauch nur Wiggy hab ich Ja, ja Wo ist das Ding? Ja, wir haben Zone gepult, glaub ich Oh mein Gott, wir haben Zone Wir haben Zone Wir haben Zone Bro, hier vorne ist noch Schutz Hier vorne ist noch Schutz Ja, ihr könnt da ein bisschen hingehen Dann versuchen die sich zu klein Ich muss mich auch fast mir sicher Das müssen wir denn Ich geh lieber zurück Du darfst nicht so da stehen, Digga Wenn jetzt links von dir welche kommen Dann bist du tot Wir haben Auto Ich hab auch noch zwei, 26er Ich hab ein bisschen mehr Awareness Komplett links Geh mal da hinten Bevor, lass die Zone erstmal da hinten Und dann könnt die Leute killen Er muss noch mal runter gehen Ich geh für den ganzen Loot da vorne Das ist für Loot Nimm die, die Splashes Nimm die Rakete, nix damit Ich schwöre Für Minis Für was? Die Rakete für Minis, Digga Du kannst alle da hinten Minis sind wichtig Komm jetzt hoch, komm jetzt hoch Die müssen jetzt move Ja, er hat Rakete mitgenommen Und jetzt rakete einfach alles da vorne Ich glaub, Stani hat auch noch mehrere Raketen Rakete einfach jedes Building, okay? Ich kann das nicht markieren, das geht bei mir nicht Echt nicht? Ich kann nur auf Autos machen Gib mir, gib mir Mach mehr Raketen Mach mehr Raketen Ich hab kein Dings, Bro Hier, hier, 12 Mich nochmal full Guck mal Stani hat mir kurz zu Mach einfach die ganze auf alle Building Auf die ganzen Building Okay? Damit es alles weg ist Mach auch noch Autos nicht gleich Mit der Raketen Damit es nicht mehr wegfallen kann Oh, 200 200 Alle 100 Mach weiter Stani Ab Sterben alle vor euch 2 oder 3 2 oder 3 Ich weiß nicht wo die sind Die müssen doch im Haus sein Was heißt Trio? Hatt noch ein 2 Hatt noch ein Mach das Raketen Hatt noch 2 Leute low Hatt noch einen Mach noch einen Mach noch einen Hatt noch 1 Hatt noch einen Guck einfach wo der Letzte ist Es ist nur noch einer Gegen einen Er saved unter euch direkt Er ist hier bei mir Ich mach save Ich mach save Hau auf Dicke Er ist bei mir drinnen Komm, ich komm, ich bin hier. Schieß. Gut. Wir haben noch 15 Kills damit gemacht. Boah, das hat sogar viele Punkte gegeben. Geil, Jungs. Geil, Junge. Jetzt noch mal so eine Runde. Und dann Abfahrt. Das war eine sehr, sehr gute. Ich sag dir, zum Endo kannst du noch echt gut Kills holen. Und risikoarme Kills. Es lohnt sich halt nur auf Endgame zu spielen. Einfach, weil wir bekommen so viele Kills. Aber für nix. Wir machen nix, aber wir bekommen so viele Kills. 207, Jungs. Sie haben richtig gut Punkte. Wenn wir jetzt noch mal gewinnen, die gleiche Runde, die wir jetzt machen, dann sind wir richtig gut geplaced. Safe Top 10. Sollte eigentlich... Wie lange geht das noch? 22 Minuten. Ja, es hätte sich erst ausgegangen. Hätten wir die eine Runde nicht gejoggt, hätten wir drei Runden ausspielen können. Hätten wir 310 gehabt oder so. Wow, Digga. Die kriegen da erstmal schön 200, Alter. Die schön rein. Ja, ich mein doch, Rakete... Das ist nicht okay, am Ende. Einfach nur die ganzen Buildings wegmachen, damit hier keine Decke mehr anbieten. Und Victor Kesi da, Junge. Easy. Das war zu nice. Das war das. Das war das. Ja, wir dürfen da echt nicht zu gierig werden, Leute. Das ist die Meta. Am Ende und dann boom, 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 weg dann mit den Leuten. Da hätten wir nicht auf Gier gespielt. Mein Gott, dann hätten wir easy, dann wäre es der easiest da gewesen. Plus 100 Euro von Tridan, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Sind die schon durch, oder was? Wie ich jetzt bei denen... Ey, wir haben so gute Kills gerade nochmal gemacht. Die landen extra auf uns aber drauf, Digga, macht keinen Sinn. Aber ich glaube, das ist auch deren Spot, wo die immer hingehen sonst. Okay, dann. Junge, Leon, du blickst uns doch einfach absolut zu Maschinen, Jungs. Das müsst ihr auch sehen. Ach Gott, es ist jetzt jeden Freitag, diese Cups, ne? Ja, okay, der eine sagt, er schreibt rein, er hat 250 Punkte. Er ist der Erste. Er ist der Erste, Leute. Er ist der Erste, der hat der Blatt, der in den Chat ist mit mir. Ey, warum, Digga, er ist einfach Erste. Er ist Portugieser, alles klar, ja. Du bist der Beste. Ja, lass dir jeden Freitag den Cup zocken. Ist wirklich jeden Freitag? Ja, ja, also jetzt die nächsten Freitage auf jeden Fall. Und danach machen die Save noch mehr, 100%. Ist das der Gleiche dann wieder? Ja, das ist immer der Gleiche. Dann machen wir erste Runde 40 Euro und nächstes Mal. Nein, guck mal, bei Gott, nächstes Mal gewinnen wir einfach, Digga. Wir wissen jetzt, wie wir spielen. Ja, wir gewinnen Save, Digga, Save. Ja, nächste Woche, nächste Woche Freitag wieder grinden. Zum Glück ist es am Freitag, da bockt es auch am meisten. Jetzt einfach nur Aufwärmung, versteht ihr? Für nächste Woche, Digga, was ist das Ding? Ich bin jetzt noch. Ist Triland schon durch, oder was? Oder warum, Digga, so Dings? Klar, ist Triland durch, Leute? Wie viele Punkte haben die? Tut mich auch mal interessierend. Ja, ich seh die, ja, die sind durch bei mir. 155, 6 games. Das ist ja nix. Ja. Richtig und egal. Das ist ja top 1000, dass das... Die haben ja noch ne Runde, Digga, 6 games erst. Achso, die haben noch ne Runde. Das heißt, die können... Ja, aber 155. Die brauchen, guck mal, um uns jetzt auf 150 Euro brauchen die, glaube ich, 20 Kills. Und wir haben jetzt noch ne Runde. Wenn wir... Ja, ja. Außer mit dir jetzt reichschaukeln. Ey, Jungs, wir müssen echt die Runde Save bis zum Ende spielen, sag ich euch ehrlich. Scheiß auf die Kills, wenn wir zum Anfang nicht... Langt vielleicht auf uns raus. Wieder. Nein, sie sind nicht schon so runter, Digga, oder? Doch, vielleicht gucken die ja. Nein, ich glaub, die warten. Die warten, bis sie ne easy Runde bekommen. Ja, wenn die gewinnen wollen, die Wette müssen die auf uns landen, hier zum Töten. Ja, aktuell sind wir top 5, glaube ich sogar. Top 4. Stimmt, die kommen gar nicht bei uns rein, denke ich, oder? Nein, mit dem Punkt, obwohl, Digga, ich bin so wenige Leute, kann schon, dass sie bei uns reinkommen würden. Nein, klar, wie ist es? Digga, mit dem alle sagen, dass die Server in Kompetitive jetzt richtig krass sind, ne? Also, viel, viel besser als davor, ein Ding, ohne Autos. Noch besser als früher. Ja, ja. Aber dass ohne Autos auch immer viel besser ist und ohne Feuer und so. Ja, gerade läuft der Cash Cup, oder? Die gucken jetzt. Ja, ja. Reason hat mir ja, Reason hat gerade auf Twitter geschrieben, dass sie es so lassen sollen, dass die Server wie Butter sind, Digga. Ja, okay, dann kann ich ja überall reinspringen, menke. Komm, meinst du mit, Jungs? Ich glaube nicht, ne? Ich hoffe nicht. Ich fiege scheiße. Du musst auch passen, dass ihr von einem Blind nicht gefickt werdet, Digga. Ne, 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 ne. Was ist das? Das rennt gar nicht so weit, Bro. Das rennt, ne, ne, das rennt nicht bis hier. Und da noch, und da noch. Da, wo du kappelst, dort noch. Safe, komm, ja. Ja, da, safe noch, ja. Okay, komm. Ich muss da, Alter. Wir gewinnen jetzt einfach, hier unten. Ich glaube, da sind welche bei Blimp gelandet, also müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir machen. Was ist Blimp? Blimp ist Zeppelin. Digga, Blimp ist Zeppelin. Wir bleiben direkt oben drauf, Digga. Aber wenn die halt auch umkommen, killen die sowieso easy. Aber, so dass wir keine Riefe haben. Ja, ja, ne, ne, wir machen safe, wir machen safe, wir machen safe. Wenn wir unten einen genockt haben, gehen wir einfach runter und dann, äh... Ja, wenn wir immer wieder einen knocken können, wir für Leute, die reintrutschen gehen. Wenn die unten sind. Ja, ja. Ja, Barrel. Ja, bin fast. Ja, lass, behalte einfach kurz, oder? Ja, klar. Mach gleich beim Rift einfach. Lass mal fest hier, Jus, und trink Minis, oder? Hm? Jus, die scheiße, einfach. Boah, ich hab vier, äh, Kuhfängers, wär echt nice. Ja, das ist gut, das kannst du nicht warten, Digga. Gar nicht so scheiße. Boah, Loot ist gut, Leute. Für mich auch, Digga. Ich brauch noch drei Minis, du hast Flashes, damit ich voll. Ich brauch noch ein bisschen bessere... Wie Flashes brauchst du noch? Zwei. Ja, ich hab zwei. Hier sind noch Beben, wenn ihr braucht, ne? Hier könnt ihr mitnehmen. Warte. Ich könnt die Muni kaufen. Ich könnt die Werfen hier, die Beben. Ich werf die. Na, ich ess rein. Du kannst Flashes einfach mitnehmen. Ich brauch die nicht. Ja, ich brauch kurz. Ja, wirft eine Million Beeren, Digga. Ja, sechs Beeren. Ich brauch zwei. Ich brauch selber welche. Okay, ich bin ready. Ich brauch nur eine bessere MP, oder? Hier nochmal Beere. Ich hab voll. Jetzt. Ich geh rift. Das ist alles so ein Riftchen. Ich hab zwei Impulses auch. Ich hab auch zwei Impulses. Kann niemanden aus... Nee, okay, ist so frisch. Und wir gehen, oder was? Alles gehen, oder? Ja. Ja. Ich bin nur hoffen, dass keiner oben drauf ist. Wenn du oben da drauf ist, würd ich sagen, wir gehen erstmal ein bisschen zurück, Digga. Weil es ist nicht worth it, hier raufzuspringen. Nein, ich glaub, ich sag dir echt, ich glaub, die werden unten looten. Naja, die sind safe nicht am warten oben. Naja, deswegen. Ist keiner da. Ich hör auf, wie wir mal Shots haben. Aber es könnten die Bots sein. Ja, ich glaub, die sind unten. Die... Nein, das sind die Bots. Du mal die Bots, Digga. Ne, unten echt? Ja, da unten, da unten. Lande hier, lande hier, lande hier. Nein, nein, komm, komm, komm. Kommt hier nach oben. Es kommt nach oben, da können wir die Kinn kommen. Wir können die Lasern, Mikluf, wir können die Lasern. Ja, von hier ist immer gut, wenn wir hier landen. Da, die hintere, Mikluf. Den da, siehst du? Ja. Ich bin schon über den, die wissen es nicht. Der untere. Oh. Können wir markieren nochmal? Oh my god, er ist cracked. Er ist cracked. One shot, one shot, one shot. Der, 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 haben einen, haben einen. Nice. Ey, komm mal kurz. Der, der ist cracked. Da vorne. Bist du zu ihm geflogen? Ja, ja. Die sind alle hier, die sind alle hier, die haben die, wir haben die. Ich finde die, aber der weiß nicht. Müsst du zu mir kommen, ich muss zu mir kommen. Er ist im Haus. Ich hab einen Locked, ich hab ihn auch für mich jetzt. Sie sind im Haus, ich warte auf euch. Ja, ja. Ja, ja. Er ist hier drin, er ist hier drin, alleine. Ich mach die, ich mach Gas mehr. Ich geh rechts rein, ich geh rechts rein. Der Mate ist abgehauen. Zwei dead, zwei dead. Gut, der Mate ist da, ich weiß wo, da. Der fies auf mich die ganze Zeit. Wo ist der, wo ist der? Hier, wo ich markiert hab, da. Der fliegt weg. Der fliegt irgendwo? Der hier hinten. Ne, das ist ein anderer, das ist ein anderer. Das ist bei mir. Das ist der Boss. Das ist hot, Digga. Loll. Geht einfach nach oben rauf, geh nach oben rauf, komm mal. Geht nach oben rauf. Ich geh nach oben rauf. Ich geh nach oben rauf. Geht ins Haus rein. Kommt hier unten rein. Kommt hier unten rein. Ich muss ins Haus. Der kommt unten rein für uns. Liegestes Haus ist Dings. Oh, die sind oben am Zentrum, die Jungs. Nein, kommen wir alle rein. Die sind... Die sind... Ja, wir müssen sich da nix verstehen. Der Sudo ist weg oder ist egal, oder? Ja, ich halte es nicht. Ich halte es nicht. Die sind... Die gehen nicht raus. Trust me, gehen nicht raus. Die picken nicht... Wenn die kommen müssen. Und der Auto will das lieber rennen, Digga. Guck mal. Die fighten aber da oben, ne? Nein, die fighten den Bots, Digga. Die Bots davon, die da fighten. Ne, hör auf, hör auf. Jungs, 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 jungs. Guck mal, guck mal. Ich hab mich erschrocken, Digga. Wenn du knock gehst, ist es vorbei, Digga. Ich hab außerdem Karte geöffnet. Darum hab ich so viel Leads bekommen, weil ich mich erschrocken hab, Digga. Hätte eigentlich einen Heap bekommen. Aber einen war jetzt nicht knock gehend. Krieg den, man. Es ist nicht worth, Digga. Ich weiß. Ich hab mich erschrocken, Digga. Die Kills waren gut, aber wir haben halt dafür unsere Fünderchen aufgegeben, ne? Ja. Drüber war noch ein Sprengler gewesen drinnen, ne? Ja, kann ich holen gleich dann. Nachher wieder. Wir können einfach gleich mit dem Auto wegbauen und dann noch einen Zeppelin nehmen oder so. Mal gucken, was wir machen dann. Aber er läuft aber jetzt einfach nicht im Ocken rum. Aber Cedaka ist ein bisschen dumm, glaub ich. Wir sind einfach hier so unterbleiben ein bisschen. Ich sehe einen. Ich kann den Lasern. Der auch irgendwie. Der ist da oben ganz. Er hat mich gesehen. Die fighten doch grad gegen andere, oder? Nein, das sind nur die Bots, Bro. Das sind nur die Bots. Die Bots fighten die ganze Zeit. Hier, wenn es war. Nein, ich rufe die ganze Zeit. Irritimierst, aber guck. Du bist doch oben. Die Stage 2 oder diese Stufe 2 von 3 oder so. Oben auf dem Screen. Das sind diese Bots, die die ganze fighten. Nein, ist weg. Die Kanone ist Streetquake in der Luft. Wo? Er fliegt. Er ist tot, der Geil. Das war der Sohn, glaub ich. Das war der Sohn, glaub ich. Ja, die haben ihn zu dritt geholt. Von dem Duo, was wir gekillt haben. Falls wir weg müssen, oder rotieren müssen, da hab ich schon eine Idee. Der kann mir mal ein Auto behaupten, glaub ich. Okay, ich hab's geschafft zum Aus. Guck. Der da, der da. Hast du den gesehen? Nee. Erst einmal stoppt darauf. Hier kommt ein Auto. Hier kommt ein Auto. Komm bitte hier rein. Lass mal zu. Ja, ich lasse hier. Kommst du zu uns? Ich komm zu euch. Ja komm, lass kurz da rüber gehen. Das fliegt besser. Ja komm rüber, ja das ist echt was. Weil da sind nicht so viele. Und da können wir auch schneller zur Autos gehen. Ich hab Slash jetzt hier. Kann die jemand mitnehmen? Beim Bigies kann die jemand mitnehmen. Ich hab Slash. Ich hab Slash. Ich hab Slash. Bigies kann ich mitnehmen. Warte, warte. Ich bin mit Bigies mit. Da fliegt einer mit Jetpack. Ich bin 30. Die fliegen jetzt. Von oben, von oben, von oben, von oben. Er ist 41 Blau, oh Gott, er ist so gefressen. Ich brauche einen Biggie von den drei. Liegen die noch da? Zeig mal. Ich brauche nur die Spashes, die ich nicht brauche. Dann überfahre mit Auto am besten. Der ist Fahre. Die sind da oben, der schießt da immer noch nicht gut. Einer ist da unten, oder? Der da unten. Crack! Crack wieder, One-Shot, One-Shot. Der legit One-Shot. Ja, aber der ist da oben, oder? Ja, einer ist da oben und einer piekt die ganze Zeit. Ich glaube, das ist dein Duo-Partner sogar, die sind richtig schlecht. Aber ich will nicht einfach 50-50 in den wir hier hochgehen, wirst du? Ja. Aber wir können aber mit Auto am besten. Wenn einer low ist, überfahren wir den einfach. Können wir markieren, können wir markieren? Der von oben. Oben, die 70. Jetzt müssen wir den Mate überfahren, oder? Naja, ich weiß ja nicht genau, ob es der Mate ist, Digga, müsste. Wir sind am gleichen Skin. Naja, stimmt schon, ne? Also ist der da alleine oben, oder was? Wir können auch den oben mit Zipline einfach hochgehen, oder nicht? Ja, wenn nur einer oben ist, dann lass mit Zipline hoch. Ja, dann haben wir Algo gemacht. Bro, er kann X machen. Ich glaube, da sind zwei oben. Schieß auf mich. Ah, 40er! Oh mein Gott, er ist cracked, er ist cracked, er ist cracked, er ist cracked. Nein, jetzt lass mich gehören. Geht zurück, geht zurück. Da schießen noch andere, da schießen noch andere. Oh, da ist einer, da ist einer. Schreck! Hier ist einer, Digga. Lass den pushen, oder? Lass mit Biggie für mich. Lass rüberrennen. Brauchst du noch ein Biggie hier? Ein Biggie, ein Biggie. Lass da alleine, bei Gott. Ja, lass da reingehen. Da ist gerade noch einer hochgegangen, da unten. Rüber, rüber, rüber. Rüber, rüber, rüber. Da sind mehrere Teams, glaube ich. Ich glaube, hier sind mehrere Teams jetzt. Aber hier oben können wir den killen. Lass zusammen laufen, zusammen. Die wissen nicht, die fighten oben, glaube ich. Die fighten echt. Jetzt fighten die auch noch einer. Die fliegen durch, bitte gerade. Da unten, die sind unten jetzt. Die sind hier unten. Ja, die sind unten. Die fighten alle. Maybe gehen wir jetzt hoch, wollen wir jetzt hochgehen? Oh, der geht da nach unten, geht da nach unten. Oh mein Gott, ich habe einen. Komm, 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 komm. Im Haus sind alle low. Hier drin. Crack, one shot, der rot, gehen one shot. Der fliegt hoch. Dead, dead. Nice. Noch einer hier irgendwo, noch, ich weiß nicht wo. Irgendwo nicht los. Geht nicht stoppen, geht nicht stoppen, bleib ein bisschen hinter dem Haus. Miklu, renne ich alleine. Ja, ja, ich guck kurz. Nein, Miklu, du hast ein mieses Schuss hier, was du machst. Bei Gott ist ein mieses Schuss hier. Soll ich runter? Okay. Ja, komm runter, komm runter, komm runter. Wir gehen da an, wo wir waren. Wir sind poolshitting da. Wir gehen da. Komm, folgt mich, folgt mich, folgt mich. Weil von hier kommen noch richtig viele von der Seite. Aber ich glaube, wir haben sich nicht gegenseitig geholen alle. Nein, dann glaube ich auch nicht, Digga. Deswegen, ja. Deswegen, ja. Ich glaube, die oben noch mehr essen und jack. Da sind die wieder, denke ich. Ja, ich glaube, wenn die wieder leben, scheiße eigentlich. Wieder Mainholt, oder was? Ja, immer wieder hier oben. Weil da oben noch welche. Die linken, glaube ich, auch noch welche. Und da oben noch welche. Einer fliegt, glaube ich. Aber die gucken auch. Weil er fliegt ganz sch... Er fliegt da oben. Er sagt 20. Die sind, glaube ich, gut, Digga, weil der hat das Schneeblockblätter. Guck mal kurz. Wir holen Slow-Bot Steady-Kills. Glaubt mir, wir holen noch die Kills. Und weg. Oder später. Digga, wie lange brauchen die gegen die Boss, Digga? Ja, das ist fucking mies ab, Digga. Woll ich dir mal helfen? Ich check auch nicht, dass die das aus Tournament nicht rausnehmen. Ja, unten bei unten bei mir sind welche. Solo. Warte, warte, warte. Ist offen, ist offen. Ich lebe aber nicht. Ich muss Babel werfen, Digga. Du hast Babel zu mir kommen, du musst Babel zu mir kommen. Ich hab Babel geworfen, komm einfach rein. Ich hab Babel geworfen, der hilft sich cool. Wir haben einen Solo, Digga. Und wir gucken auch die ganze Zeit, Digga. Hier vorne können wir uns rein, Bro. Kannst du einmal Splashen? Ich hab keinen Splash, ich glaube. Hinter dem Baum, hinter dem Baum geht. Wir brauchen alle einen Splash. Wir brauchen alle einen Splash. Hinter dem Baum. Nein, ich brauche nicht. Mere, 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 ich bin Wanscheck, Wanscheck. Komm zurück. Irgendwie Splashen. Kommt her. Hät ihr mal einen Barrel? Ja, Splashen, Splashen. Bruder, wir sind grad so, wir sind grad all over the place. Egal, ich hab den gleich. Einer P. Hab ihn noch im Busch. Kille den Deck. Schießt den Baum weg. Schießt den Baum? Dann legst du noch Autos auf. Legst du in der Sonne auch nur noch. Bauen wir es weg? Lass ihn im Busch irgendwo. Ne, hab ihn. Lass versweiten im Busch. Hab ihn. Oh mein Gott. Komm zurück und heilt uns erstmal. Lass Splashen. Hab die AR Muni für mich. Stopp mir AR Muni. Ja, okay. Der, 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 der. Man kann nicht durch. Ich kann auch AR Muni. Er ist gestorben. Er ist gestorben. Er ist überhaupt nur 40. Komm zurück. Komm zurück. Komm weg rein. Splash mal jetzt. Ganz ruhig. Aber überhaupt keine. Okay, warte. Könnt ihr einen Splashen? Einen Splashen? Kannst du irgendwie AR Muni geben? Ja, ich stopp hier. Gut. Ich hab einen P400. Oh, ihr habt's hier noch vorne. Weitere. Wir haben hier ein Auto, falls wir weg müssen. Wir müssen gleich weg. Aber wir können einfach hier chillen. Uns halten. Den Killdown habe ich bekommen. Hast du bekommen, ja? Ja, ja. Am besten gehen wir hoch und fliegen dann, oder nicht? Nein, aber ich muss halt das Auto und gehen in den Ridge, Digga. Du willst eigentlich noch Munen mitnehmen. Ich hab auch noch 40 Munen, ne? Links fighten die. Ganz weit weg, aber. Wir könnten sagen, wir gehen jetzt schon early, Digga. Ja, ja, early. Komm, komm mal mit. Lass einfach laufen. Ich klinge im Job. Gleich. Oder ne, ins Auto mit, ins Auto mit, ins Auto mit. Nein, das ist wichtiger. Ich überlege jetzt. Kannst du einfach mit dir, ne? Nein, pack doch. Ja, pack doch. Wir fahren vorne irgendwo rein, wo wir safe sind, Digga. Wir brauchen einfach einen Schluss. Ja, der Bot hackt. Nein, der Bot ist da noch cheating. Weiß nicht. Wo sind wir safe? Am Berg eigentlich? Wir sind hier oben im Safe-Block. Ich weiß. Pass auf, dass keiner chillt, Digga. Ja, hier auf dem Berg ist gut, hier auf dem Berg ist gut, Bro. Geh auch kurz an in den Busch. Ah, da muss ich. Hier müssen irgendwelche sein. Werke ist gut, Jungs? Ja, gern kommt alles auf, Jungs oder das. Ups. Jungs, ich muss da einmal zum Reboot-Truck Munition holen, ja? Ah, ne, der ist... Aber hier sind Fische, ich geh kurz hin, ja? Ich sollte einen Leute reboot, das ist gut. Ich weiß halt nicht, ob da oben noch welche draußen sind. Ich könnte mir irgendwie forschen schon, ne? Nein, nein. Aber... Ich glaub, da im Busch sind safe welche, ich spür das irgendwie. Da unten. Da ist einer im Truck drin, alleine. Er trinkt gerade Biggie, links. Fünffachding dead. Find ich den einfach. Hab ihn. Auf dem Dach oben. Headshot. Minus 70. Okay. One shot, one shot. Literal one shot. Oh, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nein, jetzt müssen wir hin, oder? Doch, wir können eigentlich schwimmen. Doch, wir müssen. Wir haben zwei Leute hier geholt. Das ist nur einer. Wir haben zwei Leute von den Gold. In den Busch hab ich Angst. Ich hab Angst und... ...durchschrei mir rein. Komm schnell, komm rein, Schanny. Komm rein, genug Fleisch. Ah, Akkus. Der wird vielleicht geräst oder wurde geräst. Wollen einfach. Die jetzt ist einfach kurz und dann gehen wir weiter. Die kommst du rein? Komm einfach rein, alle? Zusammen. Ich dachte, ich hab ihn jetzt der Finish, der ist weggegangen. Er hat ihn alleine gelassen, Digga, der Arme. Perfekt, perfekt. Sieben Kills. Ich lebe mir auch genug. Lebe mir ehrlich noch genug. Okay, lass uns jetzt... Lass uns das Auto nehmen. Ich hab mehr Fuel, glaub ich. Ich hab auch drei Impulses. Okay, vier. Komm durch rein. Ich hab sechs, Digga. Wir sind da rein. Was können wir für eine Pose spielen? Eigentlich vorne. Ich hab 80. Wir haben da Gott Pose. Bei Gott sogar. Hier ist Gott Pose. Aber hier sind überall Büsche, Digga. Links und hinter uns sind welche noch? Ja, ich will hier kurz... Ich will noch nicht denken. Der rennt dort. Der holt die Karten. Ich hab hier links. Der ist bei seinen Mates in gerannt. Mach ein bisschen stein kaputt damit. Darf ich kurz da hingehen? Aber Infus ist. Da kommt ein Auto. Schießt direkt kaputt, wenn wir zu uns kommen. Der ist sohle drin. Der ist ein Trio. Ne, ein Duo. Mach kaputt. Mach kaputt. Er ist aufgestiegen. Schill crack. Low, low. Ich geh dafür kurz. Ab in den Busch. Ab in den Busch. Der andere ist low, der ist low. Der ist crack. Der ist crack. Der ist in Busch. Der ist crack. Ich hab ihn gleich. 42! Oh mein Gott, 42. Jetzt schon nochmal. Leute, was war das? Was war das? Äh, voll, voll, voll. Chill. Ja, der ist sohle. Pass auf. Minus 80. Ja, das sind alle. Weg, weg, weg. Safe. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Ich brauch ein bisschen. Low, low. 27. Oh mein Gott, der ist crack. Der ist crack. Die sind beide 1 AP. Deine hat 70 wide. Deine ist auf jeden Fall. Komm, 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 komm. Ich seh die. Wir können kurz links, aber wir gehen da nach 100 Position zurück, ok? Leier, Mooney. Ich hab null Leier. Nimm 20. Leier, Mooney, job. Job hier, nimm. Ich brauche einen Moon, bro. Hinter dem Baum. Geh zurück kurz zu 100 Position. Ich hab 22 Schuss nur. Werft ihn in die Zone, rein! Werft ihn in die Zone, nein! Du hast ihn ehrlich weggeworfen. Glaub ich. Da links auf, Alter. Kehrt die, kehrt die. Crack. Da ist Crack. Der ist woher, der ist woher. Der hintere. Nein. Mein Baum, beide low. Zwei Schuss nur. Ich hab zwei Schuss nur. Ich hab zwei Schuss nur. Chillt kurz. Nicht sterben, nicht sterben. Komm zurück. Der ist ein Duo. Ich hab nur 30 geloppt. Wir gehen jetzt gleich killen. Wir sind entlaut. Mach den Baum weg, dann habt ihr die. Ja, mach den Baum weg. Schieß den Baum weg da vorne. Dann sind die tot. Drei. Einer low. Hinten. 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 Ab versuch sich wegzuhalten. Hast du neuen Me 있어서 Akpurgier und Hinten. Er ist dort, er wollte geholt. Links von hier, imic noch. 1 Solo noch! Ich seh den, ich seh den! 2xLightshot, 2xLightshot! 120 Freelcrack! Hol Stunny, mach safe! Hol Stunny, mach safe! Du bist in der 3. Person, Digga! Hol Stunny! Ja, helf mir! Hol Stunny, hallo! Nice, er hat keine Chance mehr! Er gibt auf! Bro, wir sind die Besten! Wie lange mit, Junge? Was pushen die uns sicher? Wir sind wirklich die Besten in diesem Modus! Ich spring die auf uns drauf, Mann! Bro! Absolut die Besten, Bro! Wir sind die Besten! Checkt ihr, was ich meine? Ja, Mann! Alter! Bro, Jungs, das war ja absolut cracked! Ich bin gerade erster, aber die spielen ja noch! Man kann einfach bacon! So einer, den hier, ne? Man kann einfach posten, jetzt scheiß drauf! Sind wir gerade erster, Schöster? Na, ich glaub schon, ne? Hey, Bro, ist der Kappel! Ganz hinten! Nächste Woche erst! Ja, ganz hinten! Die ganz hinten, weil er vorbei ist, oder ist? Ja! Mhm! Ah! Let's go! Oh mein Gott, wir sind erster Platz, Jungs! Mach das schnell weg! Mach das schnell weg! Das ist egal, das machen wir als Screenshot schnell! Baba, wir sind erster Platz, Jungs! Machs Screenshot! Oh mein Gott, Jungs, wir sind auf Ersten! Checkt ihr, was ich meine! Checkt ihr, was ich meine! Wir sind auf Ersten, Jungs! Wir haben gewonnen! Wir sind auf Ersten, Jungs! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen, Digga! Let's go, Baby! Let's go! Wir haben gewonnen, Bro! Wir haben gewonnen! Direkt! Zünder-Post! Zünder-Post! Foto, Foto, Foto! Wir haben gewonnen, Jungs! Jungs, wir haben gerade gewonnen, Alter! Erster Platz, hier bei diesem komischen Null-Bound-Cup, Leute! Mit Mignub und Leon, Alter! Zu krank, zu krank, was hier abgeht! Zu krank! Guckt euch das an, erster Platz! Hier! Guckt euch das an! Einfach dominiert! Krank, 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 krank! Ah! Habt ihr Instagram? Ja, Leon Flares! Weiß nicht! Mit zwei Ohren! Mit zwei Ohren! Mignub, Digga! Mignub einfach! Aber vielleicht zweiter Pollower-Draht, Digga! Leon Flares! Mit zwei Ohren! Mit zwei Ohren! Ja! Und... Hab ich auch ein Profilbild drin? Du hast nicht noch Profilbild, ne? Ich nehme einfach den, Mignub hier! Nimm einfach irgendeinen anderen, Digga! Jungs, wir sind Erster! Checkt ihr, was ich meine! Egal! Checkt ihr, was ich meine grad! Ach, Digga! Wir sind Erster, Jungs! Ich kann's nicht glauben, Jungs! Wir sind Erster! Let's go, man! Das müssen wir hier! Let's go! Screenshot erst mal machen! Für später! Nächste Woche Freitag gehen wir wieder! Nächste Woche Freitag wieder Platz 1! Jungs, ey! Ich sag dir aber, Real Rap! Wir werden jetzt vielleicht nicht Erster sein, wenn's komplett vorbei ist, Leute! Aber... Real Talk, wir wären Erster gewesen! Ich sag, Real Rap, wir wären Erster gewesen! Ja, wir auch! Wir wären wirklich Erster gewesen! Krank, Jungs! Krank, 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 krank! Ich muss schnell wieder Platz machen! Let's go, Digga! So big, man! Junge! Erster! Warte, Leute! Ich kann's nicht glauben, Leute! Dass man da meinen Namen mal liest, hätte ich auch nicht gedacht! Geil, Leute! Das gibt's doch nicht! Checkt ihr, was ich meine! Erster Platz, Jungs! Wir haben gewonnen! Bro, wir müssen anpinnen hier! Anpinnen! Tweet anpinnen! Tweet anpinnen! Tweet anpinnen! Tweet anpinnen! Hier! An dein Profil, dass die direkt abwissen... Leute, dass die, wenn die auf dein Profil gehen, dass die direkt wissen, was abgeht! 100 Euro von Tridan! Wo sind die? Ich brauch jetzt 100 Euro! Jungs! Was ist hier? Was geht hier grad ab? Mehrere Organisationen! Handy schillt grad nicht mehr still, Leute! Mehrere Organisationen fragen grad an! Ey, das ist ja krank, Leute! Junge, was geht hier ab, Kinders? Europe! Europe! Europe International Player! Standard Skill and... Falls du jetzt auf News kommen sollte! Äh, falls jetzt irgendwie... RTL meldet sich, Digga! Falls RTL jetzt irgendwie... Dings auch international... Yeah! International Replaying Synapse Station with Leon Flares and Apokalypto Mignob Hashtag Plus One! Digga, Mignob, was ist das eigentlich für ein Name, Digga? Du musst wirklich wechseln! Europe... Wir sehen hier auch... Wave-Spieler nicht bei uns! Oh, Tridan! 100 Euro! Ehre! Ja! Ich, äh... Ich überweis Leon und, äh... Mignob 100 Euro noch! Denn, äh... Mach ich 100 Euro nur einmal Minus! Also, Mignob und Leon Flares 100 Euro heute gemacht! Für den ersten Platz hier! Glückwunsch! Let's go! Digga, super krass! Bis den Earnings haben wir hier mitgenommen! Let's go! Leute, wo sind die anderen? Ich seh hier niemanden! Ich seh hier niemanden! Tridan! Eine Runde uns noch versaut! Wir hätten noch 3000 Punkte gemacht! Danke! Danke! Milchfisi auch Kuss für dich! An die 10 Euro hier! Kuss an dich für die 10 Euro! Genau! Ey, Leute! Das ist Crack! Ja, ist doch nicht vorbei! Vielleicht sind wir natürlich Erster! Aber vielleicht ja! Vielleicht nicht! Vielleicht ja! Ey, Jungs! Wir werden aber Real Rap! Ich sag euch! Wir waren einfach! Wir haben ja so reingechokt auch! Die paar Runden! Wir werden locker Erster! Ja, so! Real Rap Erster! Ich! Ich! Alleine, dass da jetzt schon Standard-Skill-OL steht, Leute! Ist krank! Das ist krank! Das ist krank! Das ist Platz 1! Europe, Leute! Europe! Checkt ihr, was ich meine! International Europe! Und einmal wurden wir noch von diesem Bot gekillt! Würden wir ihn auch nicht vergessen! Ja, stimmt! Boah! Dieser Bot, der eigentlich gar nicht competitive drin sein dürfte! Statt! Statt! Ich wurde von... Ach! Von Lambdox! Lambdox! Ehre, Bro! Kuss! Ich kann das nicht mehr belieben! Ich muss jetzt, glaube ich, irgendwo Pro hinschreiben, Leute! Irgendwo im Namen irgendwie so Pro unterbringen! Im Namen! Ich muss mal starten, Leute! Wir gucken, ob das dann immer noch da steht! Aber ist egal! Jetzt gerade alle! Alle, die jetzt gerade auf der besten Liste gucken, sehen, dass wir Platz 1 sind! Checkt ihr, was ich meine? Dass das Feeling zählt! Das ist halt... Das ist halt auch schon... Ey, nächste Woche Freitag machen wir mit Abstand den ersten! Ich sag jetzt schon! Ja, safe! Aber man muss auch sagen, ihr seid echt beide zwei Legenden, Digga! Ich sag ehrlich, ihr seid zu krank! Ihr seid zu krank! Ja, Mann! Das sind die besten No-Bit-Spiele der Welt! Ihr seid wirklich irre, Digga! Ihr seid crazy! Das ist... Mikdo wirklich Best-Aimer, Digga! Mikdo wirklich Best-Aimer, ich bin ehrlich! Ja, normal! Ich hab auch... God... God Hunt, Digga! Hat dein Valorant-Zocken sich ausgezahlt? Super! Du wirst die Woche wieder zwei Stunden Valorant spielen! Na, geh ich gleich dann! Das ist wichtig, hab ich gemerkt! Das kann er sich RGX-Pack kaufen, Digga! Ja, Synapse wird denk ich mal keiner gehen, ne? Also, jetzt zuerst mal... Synapse ist damit... Ich werd auch tweeten! Nächste Woche dann! Nächste Woche Freitag wieder! Synapse... Hashtag... One... Hashtag... Top-Players... Going... Synapse Station... Don't contest us or we kill you! Das wird mein Tweet sein! Auch für die internationalen Spieler! Wisst ihr, was ich meine? Jungs! Wir sind... Wir sind Zweiter! Nein! Nein! Die haben zwei Punkte mehr! Wer? Irgendwie so eine... Keine Ahnung, kenn ich nicht! Egal, Nis! Egal, Leute! Egal, wir waren trotzdem... Wir waren Erster! Nein, wir sind Erster! Für uns sind wir Erster! Für uns sind wir Erster! Für uns sind wir Erster! Jeder weiß, dass wir Erster sind! Jaja, wir sind... Bro, wir sind Deutschland Erster! Deutschland Erster! Das reicht ja schon! Aber Kato ist grad noch in-game, Leute! Gucken, was da raus wird! Wir werden eh schurken! Ist egal, wir waren ja Erster! Das ist ja auch... Der Tweet ist ja auch richtig, Leute! Das ist ja... Man hat's ja gesehen! Man kann das ja nicht faken! Nächstes Mal 300 Punkte auf... Locker, Digga! 100% 300! Wir gewinnen aber jede Runde nächste Mal! Bro, wir haben aber dreimal gewonnen?! Was?! Eigentlich hätten wir 5 Mal gewinnen sollen! Ich würde auf alles sogar... Warte mal, wir gucken mal kurz bei Kato rein! Wo der grad ist! Wo ist Loftige Place? Sehr, sehr, sehr scharfe Soße! Stream Kato noch? Nee, die streamen auch nicht! Ach, die streamen alle nicht! Machen auch voll ernst! Leute! Alter! Die machen ja full ernst! Krank! Kann man hier das Match zugucken? Nee, kann man nicht mehr, ne? Ja! Wollen wir schon! Ich bin da im Endgame erst! Da kannst du direkt im Endgame gehen! Ach, keine Ahnung! Das ist mir zu kompliziert! Oh doch! Ich wollte gerade sagen, das ist mir zu kompliziert, aber... ... Ja, dieses Endgame-Radar! gibt man auch die punkte direkt oder doch sind die 233 haben die 233 aber die leben ja noch richtig viele aber die leben noch da leben noch richtig viele aber gut sie müssen sie müssen die zu echt viel zu machen ich glaube zu der top 5 aber nicht mal gewinnen war der gas so einfach wir haben auch nicht richtig die haben eine schlechte posi die haben eine richtig schlechte posi wir werden uns auch für nächste woche was hat er für ein eben digger Gibt es gerade gesehen? Richtig krass game modern machen Boah ist der beste 235 haben die Top 3 haben wir safe 100% oder? Ich glaube ja, Top 3 müssen wir haben Lauft die Platz 192 aber auch sehr sehr krass Aber guck mal die spielen auch diese Waffe Ich glaube die haben verkackt Digga Wie viele Punkte haben die gerade bei dir? 2,37 Ja die haben verkackt, guck was jetzt passiert glaube ich Ich glaube jetzt passiert was Ja ja, jetzt bin ich auf gelasert Oh mein Gott ja die werden von der Seite gelasert Oh mein Gott die Arme, oh mein Gott Ist die tot? Ich hab's gesehen Ich muss sagen jetzt ist es noch bitterer für mich Dass wir gegen 12 und die Erster gewonnen sind Das ist wirklich bitter Aber egal, wir waren Erster Wir waren Erster ja Das hat man ja auch gesehen Die Arme und mein Hacker glaube ich sogar Würde ich jetzt noch so sagen Weiß ich nicht Weiß nicht Leute aber könnte ja sein Vielleicht haben die auch nicht gespielt Der Fnatic Power in den Campo Glaub ich Aber die Hacker werden eh gemacht Wenn die nicht hackt Digga Guck mal der Typ der gerade Erster ist Guck mal er hat eigentlich Minus gemacht Weil ich hab seinen Cup gespielt und hab seinen Cup Earnings geholt Also Er hat eigentlich eh Minus gemacht In seinem Nobel Cup In seinem Nobel Cup Also äh ja Im Herzen ist er nicht Erster Nächste Woche gibt's doch wieder Rift to Ghost glaube ich by the way Hey einmal rät schon am nächsten Digga Äh Jungs wir sind wirklich Zweiter Was ist das denn? Bro wir sind Zweiter safe Bro Das ist nicht nächsten Freitag Am 20.05 Digga Was? Dieser Cup War im Monat Aber ich glaub die werden Wir haben ja eigentlich gesagt dass die jetzt mehr No-Bilds raushauen Ja da werden eh noch welche kommen 100% Ey Jungs wir sind Zweiter Ich kann das gar nicht belieben Bro Wir haben so auf nebenbei gespielt Das war ja für uns Public gewesen eigentlich Ja man Wir haben ja nicht mehr Serious gemacht Ich hab komplett nur gamed im Liegen Hahahaha Hahahaha Ich hab nur Hältchen getroffen glaube ich Ja 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 Er hat nur Hältchen Er hat einmal im Liegen gespielt Letzte Beide Runden Beide mit 15 Kills gewonnen Hör ich wieder nochmal Comeback war krass Junge 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 Überleg aber auch gute Steigerungen Letztes Mal hast du immer geplaced siebter achter Ja ein Squad sogar noch Besser noch Mehr dann Jetzt einfach Ah wir hätten gewonnen Wir hätten noch gewonnen Ey wir haben nicht mal wirklich Serious gespielt Leute Wir hätten echt gewonnen Zwei Punkte Leute Der eine Win hätte mir gebraucht Er hätte vier Punkte gegeben Ja Noch Drei zwei Toten Ey Es ist Aber das sind keine EU-Spieler glaube ich Aber doch Italiener Doch Egal er ist das deutsche Team Nee Italiener ist aus Europa raus Ich nicht Gehört nicht dazu Wir sind beste europäische Team Wir sind einfach erster Scheiße Wir sind einfach erster Wir sehen die gar nicht hier die auf dem ersten Ey das ist real talk krank Jungs Das ist real talk krank Das ist Krass Kannst nicht belieben Leute Und wir haben noch Spaß gespielt Einmal nur aus Roll Ey wir haben das aber ich sag dir ehrlich zum Ende haben wir das echt krass gemacht Echt richtig Ja wir haben es nochmal zusammengerissen So gut gespielt Ja wir dürfen dann wirklich nicht zu gierig werden Einfach Das ist glaube ich der Fehler Viele denken ey die müssen jetzt auf vier Kills gehen Aber am Ende machst du ja eh die Kills Weißt du Ja immer bei mir Ich schade jetzt noch einmal neu hier Leute Und dann müsst ihr jetzt durch sein Jungs hier müssen wir noch einmal Paypal senden Äh Lea und du zumindest Jungs habe ich Ja warte Wir gehen drüber in dem oder was Ja ja mach dem Lukas Zweiter Zweiter Platz ist der Erste Ja Wir haben eh schon ein Bild gemacht wo wir erst waren Nieder denkt Genau Das kann man uns nicht drehen Alles danach Juckt ja keinen mehr Und ich muss sagen Der Erste Platz hat nur Hat nur einen Win Und wir haben drei so okay Also Die sind schonmal schlechter Die hatten nur Glück Einer den Nächstes Mal können wir erste Runde auf jeden Fall mehr keyen glaube ich Naja das muss nicht Ja das muss nicht Wir haben uns ja nicht mal warm gespielt Leute Checkt ihr euch meine Was für ein Level wir waren Ja nur Nur warm gespielt Ich spiel das erste Mal heute zusammen sogar im Team Im Trio Team muss man auch sagen ne Ja Die haben zwar schon mal Squad gespielt aber Trio Leute Erste Mal Vielleicht kann man sagen was man will Und ich bin Content Creator Leute Nicht mal ein Pro Das muss man ja auch noch sagen Ich spiel ja nicht mal Pro Ja die haben halt mehr Kills gemacht Aber mir hat es eigentlich besser gefallen mit auf mehr Kills Anstatt Platzierung Weil mit Platzierung ist ja im Endgame so richtig eklig eigentlich Jaja Das bockt ja irgendwie nicht Das ist ja auch so Glück und keine Ahnung Alle campen und so Die Karte Der ist sauer Der ist sauer Der ist sauer Wie viele Games haben die eigentlich gemacht? Sechs nur Okay Erster Platz Leute Geil 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 Leon bist du noch live oder was? Ne ne Ich hab dich auch mal ausgemacht Ich hab dich auch mal ausgemacht Der Team ist im Rock Ne weil ich konnte eh den Chat nicht lesen Warum konntest du den Chat nicht lesen? Junge weil ich hab mein zweiter Monitor ist irgendwie angeschlossen Aber ich bekomm es nicht hin dass er läuft Klappt irgendwie nicht Und ich hab die ganzen Leute Leute haben die ganzen was in meinen Chat geschrieben Die konnte ich auch warten Die haben mich voll schlecht getan Die haben mir mies leid getan Deswegen muss ich einfach ausmachen Ehhh Victor bist du noch live? Nein Leider nicht Warum stream? Warum stream? Ich hab mal gestreamt Digger vor einer Woche wieder mal Ja Zudokap Digger Lief nicht so gut Dann holst du dich rüber Digger Aber schade ja Ey Leute Nächsten Cup sind wir drei wieder im Trio unterwegs Und dann machen wir den ersten Mit Ansage Und ein paar Dings nehmen wir mit Checkt Lofti noch gerne so ab Grüßt die mal von mir Leute Schreibt mal rein Fragt mal welcher Platz Lofti geworden ist Geht mal bei mir rein Fragt mal welcher Platz Lofti geworden ist Checkt natürlich auch Mitknub und Leon Flares auf Twitter ab Leute Und ähm Ja Das war's Kinders Erster Platz Was soll man sagen Der beste